Musik 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 Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 34 und heute ist Sonntag, der 26. Mai 2019. Zum einen findet heute die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Wenn ihr das hier hört, werdet ihr ja das Ergebnis schon längst wissen, deswegen brauchen wir darüber ja auch nicht so ausführlich zu sprechen. Aber vor rund acht Tagen ist das Finale des Eurovision Song Contest zu Ende gegangen und da müssen wir ganz dringend drüber reden. Wer ist denn wir? Das bin einmal ich, Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung mein Kollege Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis. Hallo, hallo Sascha. Ja, Europawahl ist heute, also geht wählen, wenn ihr das noch nicht getan habt, aber auch wenn ihr jetzt nicht mehr zuhört. Das ist ein bisschen spät. Das ist ein bisschen spät. Also wenn ihr das vergessen habt, müsst ihr das nochmal nachholen vielleicht. Nein, das geht natürlich nicht, aber bei uns hier in Rostock sind ja auch noch Kommunalwahlen und so. Also es ist gerade richtig, geht es richtig ab. Es wird neuer OB gewählt, neuer Oberbürgermeister und es wird, denke ich, nächste Woche auch eine, in zwei Wochen noch eine Stichwahl geben, weil wir neun Kandidaten haben. Also es wird sehr, sehr spannend hier, aber gut, die Europawahl ist ja heute und da haben wir heute Abend auch schon die Ergebnisse. Ja, und ich glaube in Bremen wird gewählt und dann, glaube ich, in Hamburg sind auch Bezirksratswahlen oder Wahl zur Bezirksversammlung. Das ist auch dann zum ersten Mal zeitversetzt, weil in Hamburg war das bisher immer zusammengekoppelt mit der Bürgerschaftswahl. Das hat man jetzt irgendwie auseinandergetrennt und ja, es lohnt sich dann natürlich immer, wenn da irgendwie, wahrscheinlich gibt es in einigen Städten vielleicht auch irgendwelche Volksentscheide oder, 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 oder. Ja, Kommunalwahlen sind, glaube ich, jetzt auch in Sachsen-Anhalt, also hier in Mecklenburg-Vorpommern auch. Hier wird auch die Bürgerschaft gewählt. Das ist ja auch eine Hansestadt und hier wird auch die Bürgerschaft komplett neu gewählt, zusätzlich ein OB, wie gesagt. Und es wird sehr, sehr spannend, wie sich die Stadt hier oben an der Ostsee entwickelt, aber das ist ja ein ganz anderes Thema, als sonst, was wir eigentlich besprechen wollen. Ja, sind wir ja fast auch so ein bisschen in Europa, ne? Ja, so ein bisschen schon und du warst ja jetzt in Israel fast zwei Wochen, ne? Ja. Und hast alles live miterlebt, warst auch in mehreren Städten, mehreren Städten ist gut, du warst auch in Jerusalem zum Beispiel unterwegs. Und wie war es für dich jetzt, die zwei Wochen dort zu erleben? Du bist jetzt wieder seit über einer Woche wieder zu Hause. Und wie ist jetzt so mit Abstand betrachtet, wie war dein Erlebnis? Also ich bin sehr froh darüber, dass ich es gemacht habe. Ich habe es aus zweierlei Gründen, hatte ich da erst so ein bisschen gezögert. Das eine war so ein bisschen auch das Geld, denn Tel Aviv ist nicht nur wegen des ESC, sondern auch so als, das ist ja auch ein ganz langer Strand und man kann Badeurlaub machen und so. Und das ist schon sehr, sehr beliebt auch. Und insofern haben dann die Hotels auch natürlich auch gerade beim ESC ordentlich zugeschlagen. Und ja, die Reise ist ein bisschen, ist ein bisschen aufwendig. Ich hatte das dann tatsächlich so ein bisschen gemacht. Aus Gründen wollte ich eigentlich nicht direkt über die Türkei fliegen und hatte dann, wie gesagt, einen Direktflug von Berlin aus und habe dann sozusagen jeweils bei der An- und Abreise dann nochmal eine Nacht in Berlin verbracht. Auf der Rückfahrt haben wir ja jetzt, haben wir ja noch eine kleine Teaser-Folge irgendwie aufgenommen. Da bin ich gerade so zwei Stunden vorher bin ich da gelandet. Da hatte ich übrigens auch noch wieder, ist auch wieder so geil, auch dann wieder meine Ohren waren wieder fast zu. Also das habe ich erst so gedacht. Über Druck oder? Ja, ja, das ist dann bei mir immer so ein bisschen, also wenn die dann praktisch dann wieder runtergehen, dann geht das Ohr dann zack, ist dann zu und hat man dann so ein bisschen so ein kleines Erkältungsgefühl. Und das dauert dann irgendwie tatsächlich ein paar Stunden, bis es dann wieder weg ist. Aber ich habe dich ja dann trotzdem irgendwie auf den Kopfhörern gut gehört. Also insofern, ich habe dann auch nicht rumgeschrien, weil ich mich selber vielleicht nicht hörte irgendwie. Das wäre vielleicht so unter normalen anderen Umständen irgendwie so, wenn man sich gegenübersteht, noch ein bisschen was anderes. So kann man es ja auf dem Kopfhörer immer etwas verstärken. Ja, und dann habe ich, also meine Reise war so ein bisschen die erste, die erste Woche habe ich dann tatsächlich so hauptsächlich ESC dann verbracht, so in der Halle, die Pressekonferenzen besucht. Wir haben ja zwischendurch auch vom Pressezentrum auch die Sendung bestritten. Bis auf eine vom Hotel aus, weil es da so, ja, da musste ich kurzerhand erstmal ein bisschen umdisponieren, weil ich musste mir eigentlich noch dann was zu essen besorgen, weil keine der Restaurants aufhatte. Weil ja dann dieser Feiertag war zum Gedenken der gefallenen Soldaten und Opfer von Terroranschlägen. Und da ist dann irgendwie praktisch von abends an bis morgens dann erstmal, ja, gibt es erstmal so nicht so viel irgendwo zu essen zu kaufen. Nicht zu essen und wahrscheinlich auch kein Nahverkehr und so, ne? Ja, das auch. Das war ja dann immer so von Freitagabend bis Samstagabend die Geschichte. Aber sonst haben wir das ja irgendwie auch tatsächlich so mit schöner, ich habe schon neulich ja immer gesagt, mit schöner Karstadt-Abmo im Hintergrund. Und das war dann halt so. Und in der zweiten Woche, ja, habe ich tatsächlich so ein bisschen touristisches mehr gemacht. Ich war dann auch tatsächlich mal in Jerusalem und bin da so ein bisschen auf eigene Faust so durch die Stadt gelaufen, war unter anderem in Yad Vashem, dieser Gedenkstätte für die Holocaust-Opfer. Ja, aber das ist ein riesiges Areal. Also wenn ihr mal da seid, unbedingt mal hingehen, weil das ist schon sehenswert und ist natürlich sehr, sehr bedrückend gegenüber diesem Haar und Tralala und Glitzer und so weiter ist das natürlich ein ganz anderes Ding. Aber ich finde, als Deutscher sollte man sich dahin auch mal begeben, auch wenn man nicht mehr dieser Generation entspringt. Aber wenn man da so in diesen einzelnen Kapiteln, die dort in diesen Ausstellungen auch dann gezeigt werden, so in Richtung Antisemitismus und so weiter, dann kann man heute schon tatsächlich wieder so ein paar Parallelen sehen, wo man so denkt, ja, ein bisschen wacher sein, damit diese Kräfte eben halt auch keine Oberhand mehr gewinnen. Und dass wir das tunlichst auch versuchen, uns dagegen zu stemmen. Und das war eine gute Sache. Ja, ich glaube, das von den Proben, das werde ich dann nachher immer mal so einfließen lassen, wenn wir uns dann nachher um die Künstler kümmern. Vielleicht noch so ein kleines Wort, so allgemein zu Israel. Also erst mal war es ja auch so ein bisschen, ja, man hat ja so das Gefühl, wenn man da so nach Israel fährt, ja, dann müsste man sich jetzt auch erst mal Maschinengewehr besorgen, weil in jeder Straßenecke wird ja gekämpft und ist Krieg und so weiter. Ja, es waren ja auch gerade noch Bombardierungen und so, wo du zu dieser Zeit auch noch da warst. Ja, das war ganz am Anfang, ne? Genau, weil der Gazastreifen, wie auch noch Bomben nach Israel rübergeschickt hat und umgekehrt und es war wohl richtig heftig. Ja. Und dann war auf einmal wieder Ruhe. Also es war sehr schnell wieder Ruhe. Die haben sich dann noch wohl auf einen Waffenstillstand geeinigt, noch vor dem Contest. Ich glaube, man hätte sich, glaube ich, nicht gut getan damit, wenn jetzt noch noch Kempfett während des Contests noch gewesen wäre, auch vom Bild her. Ich glaube, beide Nationen oder beide Gruppen hätten sich, glaube ich, da nicht so wirklich mit Wein bekleckert, sagen wir mal, weil ich glaube, das wäre von der Berichterstattung für beide Richtungen nicht besonders gut gewesen. Ja, also bei der Auseinandersetzung, und das ist wohl öfter mal üblich, hat sich wohl Ägypten eingeschaltet und hat wohl zwischen den Israelis und Palästinensern praktisch vermittelt. Vermittelt. Vermittelt, ja. Und das kommt wohl des Öfteren vor. Also und diese Waffenruhe, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, an dem Freitag noch, bevor ich, glaube ich, geflogen bin und den Samstag, glaube ich. Und Sonntag bin ich dann, glaube ich, direkt nach Israel geflogen und da war es wohl schon Ruhe und dann war, glaube ich, die Waffenruhe für Montag, glaube ich, dann ab Montag, glaube ich, vereinbart. Und da war dann, glaube ich, Ruhe. Und ja, und das zeigt natürlich, irgendwo muss man dann auch sagen, muss ein ESC tatsächlich erst recht in so einem Land stattfinden, weil erstens mal haben sie ja teilgenommen und auch gewonnen. Also sollen sie natürlich auch das Recht haben, dann auch die Welt zu sich einzuladen. Es gab ja noch danach ja diverse Probleme so mit der Finanzierung, weil das ist ja dann tatsächlich doch auch so ein bisschen ausgeblieben. Und man hat das, ja, man hat das dann so mit Mühe und Not dann teilweise hinter den Kulissen auch wirklich dann über die Bühne gebracht. Also jetzt, ich sage mal so jetzt vor Ort, wenn man jetzt auch so als akkreditierter Journalist dort war, dann war das schon auch alles gut organisiert. So war das irgendwie halt nicht. Bei den Proben würde ich mal sagen, ja, das lief schon auch sehr professionell, aber so in kleinen Details hat man dann schon die Unterschiede gesehen, so gegenüber anderen ESCs. Und ich hatte erst so gedacht, naja, in den Proben sah es so ein bisschen aus, als wenn sie so mit den Auf- und Abbauten irgendwie ein bisschen Probleme kriegen könnten. Aber das haben sie dann so einigermaßen noch so über die Bühne gekriegt. Also sie haben dann immer rechtzeitig während der Postkarten das dann auch irgendwie hingekriegt. Und ja, und irgendwie noch ist dann noch passiert, dass der Christa Björkmann dann irgendwie nach dem Contest auch noch dringend ins Krankenhaus musste. Der hatte dann wohl irgendwie eine Herz-OP. Also für den war das dann wohl auch ein bisschen zu viel Stress. Der ist ja nun mittlerweile auch über 60. Ich habe jetzt im Moment keine Ahnung, wie das jetzt aktuell ist. Also er hat dann schon tatsächlich ein paar Bilder und kleine Filmchen nochmal dann aus dem Krankenhaus dann auch. Oh, okay. Also er war, glaube ich, er ist irgendwann Anfang der Woche, glaube ich, dann auch operiert worden. Und so hat dann auch geschrieben, ja, ich bin hier gut versorgt und so weiter. Da muss wohl irgendwann so von Samstag auf Sonntag oder keine Ahnung, muss er da wohl irgendwie ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Also ja, also toi, 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 dass er wieder auf die Beine kommt. Also ich war so ein bisschen erschrocken. Er saß dann da so, hat dann so ein Selfie gemacht, wo er da im Bett liegt und hatte dann so ein Notebook vor sich, wo dann wohl irgendwie der ESC lief. Und hatte dann so, ja, alles in Ordnung. Ja, man muss dazu sagen, wir müssen es mal erklären, der Christian Björkmann ist der Produzent gewesen für den Contest. Er ist normalerweise vom schwedischen Fernsehen und ist sozusagen der Kopf des Melodiefestivalen. Und ja, er wird jetzt regelmäßig eingesetzt, um die Produktion des ESC zu machen in verschiedenen Ländern. In Portugal war er letztes Jahr auch. Es ist nicht immer so, dass jetzt der Björkmann da eingesetzt wird, aber teilweise wird er eingesetzt, wenn es im Land ja ein paar, sagen wir mal, ein paar Schwierigkeiten gibt in der Produktion. Also auch in der Ukraine war es so, in Portugal war es jetzt nicht so ein großes Problem, glaube ich, mit der Produktion. Aber er wird immer eingesetzt sozusagen als Feuerwehrmann. Kann man so, kann man so mal so in den Raum werfen. Ja, irgendwie ist er, glaube ich, er ist von der EBU irgendwie als Producer eingesetzt. Und es gibt dann wohl noch andere Producer dann richtig für die Show sozusagen. Also du hast schon recht, da ist wohl, glaube ich, irgendwie, dass er da so Mittelsmann vielleicht zwischen dem Host und der EBU irgendwie halt ist, was wohl die Produktion angeht. Und ja, also letztendlich ist es ja auch so, das ist ja eine Riesenveranstaltung, ein Riesenevent. Und da muss man natürlich auch tatsächlich auf Kräfte zurückgreifen, die auch ein bisschen Erfahrung darin haben. Also das kann man nicht jedes Jahr jemanden neu anlernen. Und das sind, im Grunde sind es ja 41 kleine Fernsehsendungen, die da zusammen gepuzzelt werden müssen. Und dann so ein bisschen davor mit Moderation, danach mit Intervall-Act und die Punktevergabe. Und das ist schon auch sehr, sehr, sehr komplex. Auch wenn vieles natürlich heute so, so Kameraeinstellungen und so weiter tatsächlich so auch computergesteuert irgendwie halt sind. Dass da nicht mehr unbedingt jemand jedes Mal auf den Knopf drückt, um dann die einzelnen Kameras einzuschalten. Und trotzdem ist es natürlich etwas, das macht, das würde selbst ja die ARD auch nicht jeden Tag machen, so eine Riesenveranstaltung. Und geschweige denn eben halt einen Sender, den es ja in dem Sinne auch erst so nach seit einem oder anderthalb Jahren halt gibt. Und das ist natürlich, und dann greift man eben halt so ein bisschen auch auf die zurück, die eben auch so Unterhaltung können. Und das sind halt eben auch ein bisschen die Schweden halt. Also wer nicht dabei war, war halt Henrik von Zweiberg. Den kennt halt auch jeder, der so ein bisschen dann vor Ort beim ESC ist, der da den Floormanager irgendwie halt macht. So ein großer, blonder, etwas älterer Herr mit Vollbart. Und der, glaube ich, was das angeht, auch wirklich immer eine gute Kontrolle hat. Aber ich schätze mal, da war es dann so, dann wollten auch die Israelis dann auch ein bisschen selber ihre eigenen Leute da so ein bisschen nach vorne bringen. Ich habe aber gehört, er ist auch für nächstes Jahr nicht angedacht, denn er hat sich jetzt, da Christian Björkmann ja einen American Song Contest angekündigt hat, wird er vor allem dort mit in der Produktion mit dabei sein. Das ist aber, glaube ich, dieser Head of Production, das ist nochmal dieser andere, wie heißt der, der hat so Stachelfrisuren. Ja, ja, genau. Der macht, glaube ich, immer, dass alles, dass die Aufbauten alle nachher richtig bestehen. Er war auch dieses Mal nicht dabei, auch dieses Mal war er nicht dabei. Doch, der war dabei. Ja, ja, der war dabei. Ach, sorry, aber nächstes Jahr soll er nicht dabei, genau. Ja, das habe ich auch gelesen, genau. Nächstes Jahr soll er nicht dabei sein, weil er die amerikanische Variante sozusagen vom ESC vorbereitet hat. Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben ja auch schon lange gehört, dass es einen Eurovision Asia Song Contest geben soll, aber irgendwie ist der auch noch nicht da. Aber gut, da bin ich ja mal gespannt, ob die Amis so Bock darauf haben, alle 50 Staaten gegeneinander anzutreten zu lassen, das in mehreren Wochen. Also das wird spannend, glaube ich. Aber, mal sehen. Ich glaube aber, dass das nicht so spannend ist, weil das ist ja eben ein Land und, also jetzt mal ganz grob gesagt, weiß ich nicht, wo ist da so der Unterschied zwischen Texas und Kalifornien vielleicht irgendwie. Also das macht es ja eben halt beim ESC so ein bisschen aus, dass es wirklich selbstständige Länder sind mit einer eigenen Kultur und oftmals ja auch, naja, jeder hat eine andere Sprache. Und beim American Song Contest, also das kann ich mir eigentlich nachher nur gut vorstellen, dass man dann sagt, okay, auf jedem Kontinent hat man nachher so ein Ding und der Gewinner tritt dann in so einem World Song Contest irgendwie halt an, so ein paar Monate später. Und dann hat man aus jedem Kontinent dann irgendwie den Sieger und dann kürt man dann den Weltsieger oder so, dass man, dass man das dafür irgendwie so ein bisschen nutzt. Aber ganz oft ist es natürlich auch so, wir hören ja diese Ankündigung und dann verflüchtigt sich das dann irgendwie nach ein paar Monaten irgendwie halt wieder. Also wir, ja, wie gesagt, auf diesen Asia Song Contest warten wir ja schon lange. Den sollte ja irgendwie auch, glaube ich, Australien so ein bisschen fehlerführend. Das muss sein, genau, der erste, so das wird stattfinden. Es war auch jetzt schon für November irgendwie angeraumt, also dieses Jahr sogar irgendwie schon. Aber bisher hört man da wenig und mal gucken, ob es vielleicht nächstes Jahr kommt. Es war ja schon öfter mal angeregt, das zu machen, dann gab es wieder keine Möglichkeit, weil die ABU, es gibt ja auch eine Asia Broadcasting Union, also eine asiatische Variante der EBU sozusagen, die macht ja auch so einen Contest, den ABU Song Festival, keine Ahnung. Die machen mit allen verschiedenen arabischen oder bis nicht arabischen, asiatischen Ländern, da ist auch die Türkei dabei, ganz viele andere kleine Länder und so. Und Turkmenistan und was es da alles gibt. Und ja, aber das hat jetzt nicht so viel mit dem Contest zu tun, weil die nicht so einen richtigen Wettbewerb da haben, sondern eher nur so Songs spielen oder beziehungsweise mit Künstlern auftreten und das dann halt so eine Musikshow ist. Mehr ist das dort nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Australier da Bock drauf haben, das das erste Mal durchzuführen. Und dann gucken wir mal, wenn das dann mal richtig gestartet ist, ob das sozusagen eine Gegenbewegung, nicht eine Gegenbewegung, aber eine Alternative sein könnte. Weil ich glaube, der japanische Markt und so, also der japanische Musikmarkt und so und südkoreanische Musikmarkt, auch die Philippinen und der australische Musikmarkt und so und auch Neuseeland ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Das könnte richtig spannend werden, weil die Kulturen da so unterschiedlich sind und dass man da so verschiedene Musik dann dabei hat. Das wäre, glaube ich, eine richtig coole Sache, aber schauen wir mal, was dann so jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da passieren wird. Mhm, genau. Ja, und ... Du warst ja auch in der Halle vor Ort, du hast dort, das ist ja dieses ehemalige Expo-Gelände gewesen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, diese Expo-Convention, das hat so mehrere Pavillons und in dem relativ größten war dann sozusagen die Halle, in dem alles geschah und dann gab es noch ein Pavillon, wo der Greenroom drin war. Da war allerdings kein Publikum, da war dann wirklich dann nur der, nur die Künstler, die dort dann eben halt auf die Punkte gewartet haben. Und dann so kleinere Geschichten, wo wir einmal unser Pressezentrum dann hatten und zum anderen dann auch noch ein kleineres Kabuff, wo, oder ein kleinerer Pavillon oder Bungalow, wo eben halt dann die Pressekonferenzen irgendwie halt stattfanden. Ja, bei der Halle, da bin ich jetzt auch diese Woche noch so ein bisschen, ich habe mir dann tatsächlich noch mal alle Semis und auch das Finale gestern und den Countdown und so weiter noch mal auch so in Echtzeit noch mal angeguckt. Also ich habe so um 20.15 Uhr das dann auch so laufen lassen und um 21 Uhr dann, ich habe sogar mir das Wort zum Sonntag dann noch mal angeschaut und so weiter. Da können wir ja gleich auch noch mal so drüber reden. Aber mal so generell so bei der Halle, wir haben uns da ja schon öfter mal so drüber unterhalten, so auch von den letzten Jahren und so. Ich finde ja zum einen ist es schon letztendlich eine gute Show geworden, aber mir fehlt so ein bisschen bei dieser Bühne oder fehlte mir so ein bisschen dieses Charakteristische, was so in den letzten Jahren auch bei den Bühnen irgendwie so war, dass wenn ich jetzt so in den nächsten Jahren mir so YouTube-Videos von diesem Jahr irgendwie anschaue, dass ich dann nicht so denke, ach ja genau, das ist jetzt irgendwie Tel Aviv gewesen. Also ich kann immer eher so sagen, ach ja, das war Lissabon, das war Kopenhagen, das war Wien. Dieses kleine Auge, in dem da irgendwie dann alles stattfand und ich fand so dieses Jahr, ich habe ja bei Twitter geschrieben, sieht aus wie die Rolltreppe bei Karstadt und das war, also ich glaube, also ich habe es ja dann noch mal im Fernsehen gesehen und denkst so, ja gut, also so im Fernsehen, es sieht ja auch, die Perspektive ist ja auch immer so riesig. Ja, andere, ja, ja. Man kennt das ja auch so, wenn man so eine Wohnung sucht und der Makler hat dann irgendwie aus so einer Perspektive dann fotografiert, dass die Wohnung so riesig aussieht und dann stehst du drin und denkst so, ach, das ist ja aber hier klein. Und so ist es ja dann auch so bei Fernsehshows ja auch so ein bisschen. Aber ich, also mich hat es jetzt so im Endeffekt jetzt nicht so geflasht, dass ich jetzt sagen würde, boah, das ist aber so eine geile Bühne. Also wie siehst du das? Stimmt, also ich finde ja immer noch die Bühne aus Kopenhagen immer noch am besten, weil die so eine Art und Weise hatte, die einmalig war. Ja, die Dänen haben dann richtig schöne, schöne Bühne gebaut gehabt mit diesen Würfeln in dieser ehemaligen Werft. Das war schon geil, das muss ich denen echt lassen. Und ja, und die jetzigen Bühnen, wir haben jetzt seit vielen Jahren immer denselben Bühnenbauer sozusagen, den Bühnenarchitekten, wenn man das so will. Und man merkt das auch, man erkennt auch die Art und Weise, wie ihr baut. Und das ist so, ich hoffe ja mal, dass die Dänen, äh die Dänen, die Niederländer dann, wenn der Contest irgendwo in Niederlanden stattfinden wird, das wissen wir ja auch noch nicht, dann glaube ich, werden wir bestimmt ein bisschen andere Art und Weise haben, weil ich glaube, die Niederländer werden sehr, sehr viel dafür tun, dass sie eine sehr, sehr gute Show auflegen werden, weil sie ja auch wohl mit drei Sendern gleichzeitig das produzieren wollen. Sie wollen ja dann nur so eine Kooperation machen und das wird, glaube ich, auch spannend. Ja, aber das ist, das ist so, das, das glaube ich auch. Ich glaube, bei den Niederländern, da mache ich mir irgendwie auch gar keine Sorgen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, hat das, dass das irgendwelche Kostengründe hatte oder so. Also es war natürlich auch, diese Bühne war natürlich sehr, sehr neutral, sodass man das wirklich auch so farblich auch dann gut beleuchten konnte. Dann gab es ja so Elemente, die dann hoch und runter gefahren werden, diese Seitenflügel zum Beispiel, aber auch oben diese, diese Dreiecke, da konnte man auch ein so ein Teil auch runterfahren lassen und es dann auch wie, wie von Zauberhand bewegt irgendwie halt so fast fliegen lassen. Das war schon sozusagen, da, da konnten auch die Delegationen tatsächlich auch einen schönen Auftritt für sich kreieren. Aber so ein bisschen ist es dann so für mich auch, man muss immer noch so den Charakter der ESC-Bühne irgendwie auch so erkennen. Und das war, finde ich, so dieses Jahr so gar nicht. Also die Bühne war auch eigentlich gar nicht so riesig, wie das jetzt im Fernsehen irgendwie aussieht. Also gut, ich habe jetzt nicht drauf gestanden, aber da ist vielleicht nochmal von der Perspektive dann nochmal ein bisschen anders. Aber also ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, also so richtig hat es Florian wieder auch nicht unbedingt eins zu eins geplant. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Bühne und Sitzflächen sind so ein bisschen ineinander geschoben, weil so dieser Front-of-Stage-Bereich war relativ schmal. Klein und eng, ja, ja. Also es gab einmal diesen, es gab einmal diesen, wie heißt denn das, Golden Circle, ne? Golden Circle, glaube ich. Ja, Golden Circle, ja. Diese Innenseiten, das sind eigentlich auch mit die teuersten Karten. Und da hatte man so Stehplätze und war dann zwischen der Bühne und den Laufstegen sozusagen. Also die Leute, die es dann geschickt gemacht haben, haben sich dann auch an die Spitze gestellt und sind dann natürlich auch öfter mal dann auch dadurch ins Fernsehen gekommen, wenn Künstler dann vorne auf der Ecke dann da irgendwie aufgetreten sind, wie zum Beispiel unsere Sisters. Und ja, aber es war wirklich auch sehr eng. Ich habe auch links von der Bühne gesessen und hatte ein bisschen Sichtprobleme, weil ich dann irgendwie auf die linke Seite dieser Treppe dann auch geguckt habe. Da hatte ich erst so ein bisschen Sorge. Da sehe ich teilweise irgendwelche Auftritte gar nicht richtig. Aber die Künstler sind eigentlich relativ weit vorne von der Bühne auch immer aufgetreten. Also sie sind von hinten, hinten haben sie mehr so die Möglichkeiten genutzt, um die Requisiten rein und raus zu rollen. Oder links von der Bühne ganz versteckt waren dann auch immer die Backgroundsänger, die nicht auf der Bühne standen. Die konnte man dann da irgendwie auch sehen. Hier zum Beispiel, ich glaube, Tschechien hatte, glaube ich, auch die Backgrounds, glaube ich, dann im, versteckt im hinteren Bereich. Also diese Damen. Der Niederländer auch. Der Niederländer hatte auch ja nur, hat ja auch drei, ich glaube, drei Backgroundsänger gehabt, die standen ja auch nicht auf der Bühne. Genau. Genau. Also und ja, und das war schon, also das muss irgendwie, habe ich so den Eindruck, so eine Art Kompromiss gewesen sein, weil vielleicht das Geld nicht unbedingt so gereicht hat. Oder man vielleicht für die Konzeption nicht so viel Zeit hatte. Oder irgendwas muss da, glaube ich, gewesen sein. Das hat man ja auch gesehen bei der Produktion. Es gab ja teilweise auch so Kamerafehler. Ich glaube, bei Estland war das, wo ich dann aber mal ein falsches Bild gezeigt habe. Irgendwo ganz, da hat dann der, 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 der Kameraoperator, also dieser Steadicam-Mann, hat dann irgendwie das falsche Bild gezeigt. Und dann ist dann, der ist noch gelaufen irgendwie. Und dann hat man das nur gesehen. Also es war teilweise auch bei den Semis auch so, dass da ein paar Kamerafehler passiert sind. Was bei so einer Sendung eigentlich ... Gut, das hat man in den vergangenen Jahren mitunter auch manchmal gehabt. Es kommen ja manchmal unten vorne an den Bühnenranden, kommt ja auch manchmal so eine Kamera irgendwie hoch auf so einer Stelze. Ja, ja. Und das sieht man manchmal dann auch, das ist gerade noch im Runterfahren. Und dann gab es so eine ... Die gab es diesmal auch, ja. Ja, 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 ja. Also ... Man hat aber nicht so gesehen. Also sonst hat man die immer so ein bisschen ... Ja, also diese sogenannten Kamerafehler, ich habe da tatsächlich mal so ein bisschen drauf geachtet. Es gab so ein paar, also insbesondere bei Madonna hat das auch sich sehr, sehr stark summiert. Und es hielt sich noch einigermaßen in Grenzen. Also das war schon, es war nur auffällig. Es gibt ja in der ersten Woche, es gibt also zwei Wochen, in der dann sozusagen diese Eurovision dann da vor Ort stattfindet. Und in der ersten Woche sind ja dann diese sogenannten Einzelproben. Es gibt immer einen Durchlauf, da dürfen die Journalisten noch nicht rein in die Halle. Die können das dann nur über den Fernseher sehen. Und nach dem Feiertag an dem Donnerstag, das gucke ich gerade mal, das war dann ja der 9. Mai, da durfte man dann auch rein. Und da war das dann halt auch tatsächlich so, dass bei diesen Proben, da wurde dann auch irgendwie tatsächlich auch ganz viel dann auch erst nochmal so ausprobiert und so. Und das, ja, und da war es dann natürlich so ein bisschen, dass man den einen oder anderen Fehler da auch gesehen hat. Aber ich glaube, das ist auch ganz, das ganz normal. Also es hielt sich in meinen Augen auch ein bisschen so in der Waage dann irgendwie mit dem Fehler. Ja, obwohl die Kameraarbeit generell sehr, sehr viel total gezeigt haben. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es gab bei einem Contest im letzten Jahr in Portugal eine bessere Kameraarbeit. Es war irgendwie dynamischer. Das war diesmal sehr, 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 sehr ... Es waren, glaube ich, weniger Kameras, oder? Ich habe, das kann das sein. Nein, es waren gefühlt weniger Kameras als sonst. Ja, es sollen 30 gewesen sein. Ich glaube, bei einem anderen sind es mehr gewesen. Nee, nee, das ist immer so bei 25 oder so die Zahl, die ich immer dann so ... Also, ja, also, nur du kannst ja auch 100 Kameras aufstellen. Ja, na klar. Und wenn die Leute das nicht können, ne, so dynamische Abläufe, dann hast du natürlich Pech. Also, das ist eben ... Ja, das ist mir aber auch aufgefallen. Also, es ist teilweise ein bisschen langweilig dann auch gewesen. Ja, die Kamerarbeit war ein bisschen sehr, sehr, sehr ... Nicht altbacken, aber sie war so gestockt, so. Nicht so smooth, würde man sagen, wie bei den anderen Contests. Da war sie sehr, sehr ... Da hat es immer gestimmt, auch so vom Kamerabild. Es war immer so auch modern geschnitten, so. Das hatte man heute dieses Mal nicht ganz so. Aber das ist auch so ein produktionstechnisches Aspekt, den man natürlich gut bei so einem kleinen Sender oder bei so einem neuen Sender auch schwierig jetzt mit einem Hammer draufhauen kann. Aber es war schon so sehbar, dass der Sender selber so ein paar Probleme hatte mit der Produktion. Also, ich glaube, da gab es im Hintergrund einige kleine Sachen, die da nicht gelaufen sind. Es gab ja eben, wie gesagt, diese Einlaufproben und da hat jeder so seine zwei Durchläufe und dann nachher nur noch sozusagen die Generalproben oder die Family Shows und so weiter, wo dann im Ganzen geprobt wird. Und da hat es tatsächlich, ich glaube, mit drei oder, ich glaube, Norwegen, Niederlande war auch dabei, wobei Niederlande, glaube ich, technische Probleme waren. Irving hatte doch da diesen einen Herrn von Sennheiser interviewt und ist da hinter der Bühne gewesen. Und der hatte dann erzählt, diese Leuchtkugel bei Duncan, die hat wohl so gestrahlt, dass sie wohl die Mikrofone gestört hat. Und daraufhin haben sie wohl eine technische Probe anberaumt. Aber Norwegen hat wohl irgendwie protestiert. Die wollten da wohl auch, haben dann wohl auch nochmal eine zusätzliche Probe. Ich weiß nicht, mit der Sängerin oder ohne. Da stand in, also wir kriegten alle so eine App. Da waren dann so die Informationen drauf, wann sind welche Proben und wann ist was. Und da waren dann auch zum Beispiel in diesem Schedule irgendwie Technical Rehearsals, Norwegen dann und dann. Und ich glaube, Moldawien war. Und ich glaube, noch irgendein Vierter. Und das ist wohl schon sehr ungewöhnlich. Ich glaube, letztes Jahr hat Griechenland einmal nochmal eine zusätzliche Probe beantragt. Weil die wohl mit, das war ja die Dame mit diesen blauen Händen und so weiter und die ja auch nicht weitergekommen ist. Und die hatten aber so mehr so sozusagen, weil sie selber mit ihrer Probe noch nicht so ganz zufrieden waren. Und die haben das dann beantragt. Ich weiß nicht, es kostet wahrscheinlich auch noch sogar extra Geld. Und ja, und da war es dann wohl tatsächlich aufgrund dessen, weil wohl man technisch vor Ort nicht das umgesetzt hat, was sich so manche Delegation wirklich dann auch gewünscht hat. Und da hat es wohl ziemlich Probleme gegeben. Ja, ja, also das hat man ja auch gemerkt. Du hast ja erzählt gehabt in einer Folge auch, dass es keinen richtigen Probenplan gab für euch Journalisten. Dass das lange gedauert hat, bis ihr überhaupt wusstet, wann was überhaupt ist. Und es irgendwie nur so durch irgendwelche Fanseiten irgendwie durchgesickert ist, wann die Proben überhaupt wirklich sind. Ja, ja, das war so am Donnerstag vor dem Wochenende oder Mittwoch, glaube ich. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber das hat sich dann aufgelöst. Also vor Ort, wie gesagt, das war auch letztes Jahr in Lissabon so. Man kann sich dann eine App runterladen. Man muss sich dann da, die haben dann da so eine Information. Da musste man hingehen und dann kriegte man auf so einem kleinen Zettelchen so ein Passwort, weil da sollten sich dann tatsächlich nur die akkreditierten Journalisten sozusagen einloggen. Und da war so alles Wissenswerte dabei. Wann sind welche Proben? Wir hatten auch, das war sehr schön, ein Shuttle-Service. Das war insbesondere auch während des Schabbats immer sehr praktisch, aber auch überhaupt so, weil das, ja, der Nahverkehr, der Busverkehr, der ist jetzt nicht schlecht, aber man ist halt dann doch schneller zu Hause mit diesem Shuttle-Service. Da gab es irgendwie zwei, drei, nee, drei Linien gab es da unterschiedliche. Und die Busse fuhren dann immer so eine Hauptstraße wieder runter und dann musste man sich ungefähr die Höhe merken, wo man dann zum Busfahrer gesagt hat, ja, jetzt hier bitte anhalten, ich muss hier raus, so. Und da waren dann auch so Fahrpläne, die haben sie dann auch immer angepasst. Im Normalfall sind die im Stundentakt gefahren und haben es dann natürlich, als es dann nachher auf die Live-Shows zuging, also im Finale haben sie sogar die Taktung nachher bis nachts um drei oder so, glaube ich, ich glaube, drei Uhr dreißig, um auf 15 Minuten dann reduziert sozusagen. Also das war auch sehr gut organisiert. Das muss man tatsächlich irgendwie auch sagen. Und da waren also diese wissenswerten Sachen. Und im Foyer und so weiter sind dann auch so Fernseher aufgestellt, wo dann steht so, wann welche Probe ist und die Pressekonferenzen und so weiter, die sind dann immer so ein bisschen versetzt. Also, dass man dann teilweise bei Künstlern, wo man gern beides sehen will, die Probe und auch die Pressekonferenz, musste man dann eben halt dann so immer, na, wie viel war denn das, 300 Meter oder 400, dann immer zwischen Halle und Pressekonferenz dann hin und her pendeln. Das geht, ja. Und das geht, ja, ja. Das war auch wirklich dann auch alles sehr, sehr übersichtlich. Und diese Sachen haben die auch alle sehr gut auch gemacht. Also, das ist wirklich gut gewesen. Es war auch genug Platz da. Also, das ist natürlich immer zum Finale hin, wird es natürlich dann voll. Aber ich war jetzt dann beim Finale dann nachher auch nicht mehr im Pressezentrum. Ich habe dann irgendwie gesehen, die müssen wohl dann irgendwie die Tische wohl irgendwie auch weggeschoben haben. Also, entweder hat das da die Organisation gemacht oder die Leute haben das da selber irgendwie organisiert und haben dann so vor dem großen Bildschirm dann eben halt dann zusammen den ESC irgendwie sich angeguckt oder die Show. Und, ja, das war, das war wirklich, das war wirklich gut. Also, so Sachen wie, man muss die Tickets noch vor Ort abholen, das fand ich irgendwie so semi, weil heutzutage ist … Das ist ein bisschen 90er, ne? Ja, also, das war wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Aber, ja, gut. Also, ich meine, man kann auch selbst noch ein PDF-Ticket ja irgendwie auch noch sperren lassen, dass man nicht mehr reinkommt, wenn man jetzt irgendwie so meint, der Ticketinhaber sei jetzt irgendwie komisch oder so. Also, insofern. Und das macht es auch irgendwie ein bisschen einfacher. Denn das Abholen war auch nicht ganz so einfach, weil dann diese Ticketbude auch nicht da war, wo es dann irgendwie, wo man es dann vermutet hat. Aber es hat sich auch … Also, es ist in Israel, glaube ich, auch alles immer so ein bisschen … Es ist alles nicht so perfekt, aber irgendwie funktioniert's. Und man muss dann so ein bisschen so drei, vier, fünf Gänge seines Deutschseins so ein bisschen runterschalten. Und dass man so sagt, ja, wir reden dann immer so, wie welche Workflows genau sein sollen und so weiter. Und das geht, glaube ich, dann da eher so ein bisschen so, Hauptsache, es funktioniert. Und, ja. Ja, ich glaube, in den Niederlanden wird das nicht so sein. Ich glaube, die werden sehr professionell diesen Abläufe machen und so. Ich glaube, das wird … Der neue Gastgeber wird, glaube ich, sehr, sehr viel Mühe sich geben, dass das eine perfekte Show wird. Haben die Israelis ja auch versucht in gewissen Rahmen. Ja, das haben sie auch gemacht. Also, das kann man gar nicht sagen. Das war halt anders. Und mir geht's jetzt im Moment sogar so ein bisschen so, sonst denkt man immer, ach, Mensch, so weit weg und so. Und, ah, wenn das in den Niederlanden ist, ja, super. Und mittlerweile denke ich dann auch so irgendwie, ach, das hat mir jetzt wirklich sehr geil gefallen, weil das jetzt mal so ein bisschen außergewöhnliches Land war. Ja, und wenn du jetzt so … Also, bei mir war es ja erst so, ja, ich hab mich für den Duncan gefreut, aber jetzt reißt gerade so die Reihe der ESC-Städte ab, wo wirklich auch immer schön die Sonne scheint. Und nächstes Jahr, ja, könnte es in den Niederlanden auch dann dauerregnen, ne? Das weiß man alles nicht. Die Städte sind ja noch gar nicht so wirklich … Also, es sind schon einige bekannt, wo was stattfinden könnte. Vor allem wird ja Rotterdam wohl auch groß gehandelt, weil sie, weil ich glaube, die Amsterdam in Amsterdam so nicht so die Hallen mäßig so gut besetzt sind. Aber da gucken wir mal, was dann da so passiert. Ja, das wird eine spannende Sache, wenn dort dann die teilnehmende Stadt oder der Hoststadt sozusagen dann bekannt gegeben wird. Aber so viel Auswahl hat man ja in Niederlanden nicht an Städten. Von daher hältst du das jetzt … Naja, wir können das ja mal eben vorziehen. Also, wenn man sich da bei Wikipedia mal irgendwie anguckt, da haben sie schon auch eine schöne Liste gemacht. Also, da ist Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Enschede … Enschede … Maastricht, Loiwaden, Rotterdam … Und Utrecht. Utrecht, Zwolle … Utrecht, mhm. Ja, also von meiner, so wie ich das jetzt so die letzten Jahre immer gerade in solchen kleinen Ländern irgendwie so gesehen, ich glaube, bei Niederlande wird sich das zwischen Amsterdam, Den Haag und vielleicht Rotterdam irgendwie, glaube ich … Glaube ich auch. Also, bei Maastricht habe ich gehört, die hätten wohl nicht genug Hotelkapazitäten. Also, hier führt man da auch auf, da ist eine Kongresshalle, die fasste maximal 30.000 Zuschauer. Also, man muss ja, glaube ich, immer so aufgrund der Bühne, würde ich immer sagen, so aus der Erfahrung … 2.000, 3.000 Zuschauer immer wegrechnen, wenn man da so die Zahl sieht. Und wenn da sowieso schon eine Halle ist, so mit 10.000, dann … Oder hier bei Zwolle, da haben sie irgendwie wohl so eine Halle, die unter 5.000, also das kann schon da gar nicht mehr … Ach so, hier steht sogar, Bewerbung am 24. Mai zurückgezogen. Also, insofern, ja, also … Also, 16.000 hat die Rotterdam-Halle, die Ahoi-Rotterdam-Halle, die Ahoi-Arena, passend. Vielleicht kriegen wir auch irgendwie so ein Motto mit, irgendwie ESC Ahoi, aber das gibt es ja auch an die Kollegen, an die Kolleginnen, hallo. Naja, passend, aber ich glaube eher, ich glaube, Rotterdam oder Amsterdam könnte es werden. Den Haag, glaube ich nicht. Maastricht wäre auch noch eine Variante, weil die haben ja 30.000 Plätze da drin. Das heißt auch, dass der Greenroom dann dort mit rein könnte. Mhm. Ja, also das wäre eine Variante. Ich weiß nicht, ob das … Ja, das ist eher ein Kongresszentrum. Also, das wäre spannend. Aber wir gucken mal. Also, das wäre sicherlich eine spannende Geschichte. Ich glaube, die Niederländer würden das richtig gut und interessant machen. Und das Schöne ist, jetzt haben sich ja drei Sender sozusagen zusammengeschlossen. Also, die drei niederländischen Rundfunkanstalten, die NPO, Avotos und die NOS, die haben sich zusammengeschlossen und wollen das jetzt gemeinsam sozusagen durchführen. Was sie sonst eigentlich nicht machen. Also, eigentlich machen die ja unabhängig voneinander Programm, aber diese eine Sendung wollen sie diesmal wohl auch zusammen machen. Ja, das macht ja auch Sinn. Also, ich glaube, da muss man, glaube ich, auch personell mit vereinten Kräften, glaube ich, das ganze Ding dann auch aufziehen. Und ich glaube, dass … Also, ich vermute mal, dass es nicht in Amsterdam stattfinden wird. Weil, wenn man sich dann … Ich bin ja jetzt auch schon zweimal da gewesen. Und ich glaube, nicht nur, wenn jetzt Eurovision in Concert oder so da ist, die Stadt ist immer brechend voll. Ja, ja. Und wenn da jetzt der ESC dann noch dazukommt, ich glaube, Hotel hätt's mit Sicherheit genug. Da gibt's bestimmt auch Außenbezirke, wo man vielleicht auch noch irgendwie was kriegen kann. Und das haben die Kollegen vom Merci-Cherie-Podcast auch noch irgendwie erzählt, dass die Halle von … Das hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir drüber gesprochen haben oder sogar auch im Podcast. Die Halle von Ajax Amsterdam, die kann tatsächlich mit einem Dach zugemacht werden. Es ist nur die Frage, im Mai sind ja immer so die ganzen Endspiele beim Fußball. Und da ist die Frage, ob Ajax Amsterdam sich da vertreiben lässt aus seinem Stadion, um da irgendwo in so einem Dorfstadion dann irgendwie seine Spiele auszutragen. Deswegen könnte das auch tatsächlich ein bisschen schwierig sein. Da ist dann aber noch ein Zigodom. Ich weiß gar nicht, ob der sogar da ganz in der Nähe von dieser anderen Halle ist, wo Eurovision & Concert irgendwie stattfindet. Da passen ja sowieso nur so 5.000, 6.000 irgendwie rein. Die schließt sich eh damit aus. Ja, ja. Und die ist da, glaube ich, in der Nähe. Und die fasst hier laut Wikipedia wohl 17.000 Zuschauer. Aber ich vermute mal, dass das nicht in Amsterdam stattfindet. Weil ich glaube, dann kollabiert die Stadt endgültig. Also ich empfinde Amsterdam sowieso immer als sehr, sehr überfüllt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt… Das ist halt eine Touristenstadt. Ja, aber sehr, sehr doll. Also die Stadt ist eigentlich schon lange nicht mehr auf diese ganzen Touristenströme wirklich ausgerichtet. Und das, ja, und ich glaube, das wird kein Spaß. Also die öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter, das haben die alle. Also da fährt eine Tram beziehungsweise auch so S-Bahn und so weiter. Da käme man, glaube ich, überall auch gut hin. Auch so von seinem Hotel und zurück und so weiter. Das wäre auch… Und man kann da auch eine ganze Menge sehen. Es sind tolle Museen auch da vor Ort und so weiter. Das ist überhaupt nicht so das Thema. Aber ich glaube, dass das… Das kann ich mir schwer vorstellen, dass das da irgendwie stattfindet. Oder sie gucken es sich halt wirklich wieder an, dass sie es wieder in Den Haag machen. Da haben ja schon der ESC 76 und 1980 irgendwie halt stattgefunden. Also insofern da… Rotterdam war ja der Junior Eurovision Song Contest 2017. Richtig, ja. 2007, entschuldigung, 2007. Also von daher alles schon mal vorgefechtete ESC-Stätten. Und ich glaube… Und das liegt dann noch nicht ganz so lange zurück, dass sie da auch vielleicht noch ein bisschen Erfahrung irgendwie noch mehr haben als die Erfahrung aus den 70er- oder 80er-Jahren. Da sind vielleicht die Leute, die das gemacht haben, auch schon in Rente. Genau, das sowieso. Und ja, es ist ja ähnliche… Der Junior Eurovision Song Contest hat ja ähnliche Produktionselemente wie der normale Contest, sagen wir mal. Und ich glaube, wenn die Halle da schon erprobt ist, ist das, glaube ich, auch eine Variante, die durchaus auch Gewinnerpotenzial hat. Also wie gesagt, wir glauben… Also ich gebe dir recht, ich glaube auch Amsterdam fliegt, glaube ich, komplett raus. Ich glaube aber, ich glaube, entweder Rotterdam oder vielleicht auch noch Den Haag oder Maastricht, die drei so. Und Rotterdam hat 645.000 Einwohner. Gut, für Niederlande ist das, glaube ich, ganz schön viel. Was hat denn Amsterdam eigentlich? Amsterdam hat… Ah ja, 864.000, so ein bisschen mehr. Ja, aber Rotterdam wäre eine schöne große Stadt. Also es ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt in den Niederlanden, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Maastricht ist, glaube ich, nicht ganz so groß. Und ich glaube, das wird ein schöner Contest, glaube ich, in den Niederlanden. Also die werden das, glaube ich, richtig gut machen. Maastricht hat 121.000. Oh, das war klein, ja. Okay. Also da ist natürlich tatsächlich die Geschichte so von wegen ist die Stadt der EU und so weiter. Da ist die EU sozusagen gegründet, also diese Umbenennung von EG in EU und das so unter dem Motto europäischer Gedanke und so weiter. Aber ja, wenn das halt wirklich so sein sollte, dass die Hotelkapazitäten nicht so doll sind, dann wird es dann auch nicht. Das haben wir ja letztes Jahr in Israel ja auch so, also Haifa und so weiter, alles wohl schöne Städte, aber das ließe sich wohl nicht realisieren aufgrund der Hotelkapazitäten oder wahrscheinlich auch der Transportkapazitäten. Die spielen ja auch immer mehr eine wichtige Rolle. Und das Schöne ist, man kann mit einem Zug hinfahren. Ja. Theoretisch, wenn man das will. Ja. Also wer in Nordrhein-Westfalen wohnt oder so, ist es sowieso kein Thema. Also da ist es ja so fast, als wenn man von … Man kann sogar fast mit einem Regionalbahn da hinfahren. Da fahren ja einige Regionalbahnen sogar nach Amsterdam hoch, beziehungsweise nach Niederlanden rüber. Also auch das geht. Also da kann man sehr sehr günstig, glaube ich, dann auch anreißen, wenn man das will. Ja, das Blöde ist halt natürlich immer so, dass dann tatsächlich manchmal so ein Flug dahin immer noch günstiger ist als mit der Bahn. Aber vielleicht unter der gegenwärtigen Diskussion auch über so Klimaproblematik und so weiter, sollte man sich es vielleicht doch mal überlegen, dann tatsächlich auch in den Zug zu steigen und da dorthin zu fahren. Und ja, ich habe ja dieses Jahr auch ein bisschen … Kein Boarding und so und das hast du alles dann nicht. Ja, vor allen Dingen, also ich habe ja … Gut, das wird jetzt … Also in den Niederlanden ist das jetzt auch nicht so ein Riesenthema als jetzt nach Israel. Also du steigst dann ein, fliegst da hin und steigst wieder aus. Also das ist jetzt nicht so das Riesending. Aber du kannst natürlich auch noch wesentlich mehr so an Gepäck mitbringen. Also gerade so dieses Jahr habe ich ja auch ein bisschen technisches Equipment mitgehabt und so weiter. Das habe ich dann so ein bisschen verteilt auf mein Handgepäck und dem Koffer. Ja, der Koffer war nachher ja auch völlig voll so mit Kabeln und so weiter, dass sie sogar dann auch auf dem Rückflug dann nochmal in den Koffer geguckt haben, weil das Ding wahrscheinlich dann aufgrund des Metalls und so weiter ganz viel ausgeschlagen ist. Und das hast du natürlich dann bei der Bahn irgendwie halt nicht. Also keine Ahnung, ob da jetzt aufgrund der Flüchtlingsproblematik dann im Grenzgebiet nochmal Leute im Zug. Ich glaube, in Dänemark ist das ja irgendwie jetzt schon öfter mal so. Aber so, ja, das wird trotzdem kein so Riesenthema sein. Also es ist ja fast eher so, als wenn man vom einen ins andere Bundesland irgendwie halt fährt. Insofern ist es ja, also wer, so Geld ist immer die eine Sache, aber wer jetzt irgendwie dann so, ja, nee und weiß ich nicht und ich mag die Holländer nicht oder was weiß ich, was da irgendwie vorgetragen wird, das kann man jetzt wirklich nicht gelten machen, weil das jetzt halt wirklich dann, ja, also wann, wenn nicht jetzt, wenn man dann mal den ESC mal bereisen will, kann man dann wirklich 2020 wirklich sehr gut machen. Ja, wollen wir mal auf die, auf die ganzen Shows eingehen, die jetzt, die, die wir jetzt auch im Fernsehen, du jetzt auch im Fernsehen gesehen hast und sagen, nachher im Nachhinein, endlich, das erste Semifinale hat, ist ja mit Netta gestartet, ganz klassisch. Und ich muss sagen, es war eine durchaus runde Show, beim zweiten Semifinale hatte ich, ging es mir, ging es sehr, sehr abrupt los, fand ich, ich weiß nicht, ob das auch so gegangen ist, also weil der, der ist, weil er vorher kein Intervall-Act vorher, vorher war, fand ich ein bisschen schade, aber so vom Prinzip her, waren das gute Shows. Und es sind auch Leute nicht weitergekommen, wo wir gedacht haben, die kommen weiter, ne? Oh ja, ja. Das hat uns ja auch so ein bisschen gewundert, zum Beispiel die Polen, Tulia, die haben, glaube ich, zwei Punkte Unterschied zwischen den zehnten und elften Platz. Und die haben durch den elften Platz gemacht und sind deswegen nicht weitergekommen. Ich glaube, die wären im Finale doch ziemlich gut angekommen, glaube ich, ich glaube, ne? Ja, genau, Polen hat, Polen hat zwei Punkte Unterschied. Mhm. Genau, zwei Punkte. Weißrussland, genau. Ja, zu Weißrussland, ja. Das ist schon, das ist schon heftig, oder? Zwei Punkte ist schon bitter. Ja, man weiß nicht, woran es liegt, ne? Waren das jetzt die Klamotten? Also sie haben ja auch so, das ist mir dann aufgefallen, so gelb-blaue Röcke angehabt. Das hat mich so ein bisschen an die Schweizer Garde im Vatikan irgendwie so erinnert. So, ne, das war so ein bisschen und dann waren die alle so, also da ist ja eine Sängerin dabei, die so ein bisschen beleibter ist, aber die anderen sind, haben ja normale Figuren und die waren alle so ausgepolstert. Und dann auch diese, diese komischen Schleier, die sie da so umgezogen, also es war so ein bisschen, das war so ein bisschen Plünnbüttel irgendwie. Das war, das hat vielleicht den Ausschlag gegeben. Was ich ganz schön fand an der Stelle, die hatten ja auch dann ihre Gesichter dann im Hintergrund und da konnte man sie dann auch nochmal so, sag mal so, in der normalen Erscheinung irgendwie halt auch so sehen. Diese, diesen Schreigesang so mit diesen modernen Elementen, also das war jetzt wirklich so, das war jetzt wirklich ganz schön. Von daher hätte ich so gedacht, ja, das hat so ein, das hat tatsächlich so einen folkloristischen Anstrich, das werden die Leute, glaube ich, schon mögen. Also, mich hat tatsächlich vielleicht an der Stelle so zum Beispiel Serbien gewundert, dass die, dass die Nevena weitergekommen ist. Ich muss allerdings auch andererseits sagen, die hatte aber auch eine gute Stimme gehabt. Also, es war eigentlich fast eins zu eins wie im Vorenscheid. Auch Studievisionen fast, also muss man ihr lassen. Ja. Das kann sie, das konnte ich, ich hätte auch null erwartet, dass Serbien weiterkommt. Auf keinen Fall hätte ich erwartet, dass Serbien weiterkommt. Ja, ich habe so gedacht, das ist zu langweilig, ne? Also, da wird, das hört jeder so drüber und das ist, wenn wir jetzt nochmal die Startnummern, kann ich jetzt auch nochmal eben ganz kurz gucken. Startnummer 9. Da war davor Weißrussland, danach war Belgien. Ja gut, Weißrussland ist ja noch weitergekommen, Belgien nicht. Also, ja, also gut, aufgrund der Reihenfolge kann es jetzt auch irgendwie nicht so gewesen sein, aber das hat mich schon gewundert. Mich hat zum anderen auch sehr gewundert, dass Serhard weitergekommen ist, weil das war also auch in Amsterdam so und da hat man dann so das Jahr auf die Technik geschoben. Also, was ich bei Serhard so ein bisschen komisch fand, der hatte eigentlich auch gerade am Anfang irgendwie auch nicht so ein gutes Timing-Gefühl. Also, ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, weißt du, so, man hat, man hat in der Firma, abends sitzt man noch nett zusammen und dann heißt es auf einmal so, jetzt macht der Chef mal Karaoke so und singt jetzt mal Say Na 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 so. Und dann sagt man, naja gut, er ist ja halt Controller, also er kann es nicht besser so, ne? Und da war das dann so ein bisschen, dass ich dachte, nee, Serhard, also du bist zwar ein sehr, sehr netter Typ, aber das ist, und du hast ja jetzt auch deinen Traum erfüllt und bist jetzt auch ins Finale gekommen, aber das hat mir ja überhaupt nicht zugesagt. Und was mich auch gewundert hat, dass Estland weitergekommen ist, weil der gute Viktor Krohn nicht besonders gut gesungen hat, muss ich leider mal sagen, es war alles irgendwie schief, es hat auch Timing teilweise verpasst, diese ganze Performance war auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig, da wurden ja auch Sachen eingespielt, die nicht live gewesen sind, also das war keine gute Performance aus Estland. Und was mich auch so ein bisschen gewundert hat, dass Weißrussland zum Beispiel weitergekommen ist, habe ich auch nicht verstanden, warum. Nee, eigentlich nicht. Also mich eigentlich nicht. Die Klamotten, die die Kleine anhatte, die war natürlich diskussionswürdig und trotzdem muss ich sagen, das war, glaube ich, war, nee, ich glaube im zweiten Semifinale ist Tamta aufgetreten, ne? Oder war das im ersten? Nee, im ersten. Das war im ersten. Ach, das, genau, da ist Tamta, genau. Und bei der muss ich dann irgendwie sagen, da habe ich so, bei Tamta habe ich so gedacht, naja gut, die ist ja auch schon lange im Geschäft irgendwie und die wird das Ding machen und die wird in die Fußstapfen von Eleni steigen. Und die war dann schon auch sehr mit ihren Tanzbewegungen und so weiter sehr, sehr beschäftigt. Und bei der Szenawahl habe ich so gedacht, ja, da schrieben dann auch bei Twitter irgendwie Leute so, ja, das ist Britney für Arme und so weiter. Ich finde, die Kleine hat wirklich eine gute Show abgeliefert. Also Peter Urban hat dann auch noch so gesagt, ja, und die Stimme ist ja, hm. Und da, so, ich muss aber sagen, die, die, die ganze, die ganze Performance, der ganze Auftritt, der hat mich irgendwo überzeugt. Ich habe dafür jetzt nicht, nee, ich konnte ja auch nicht anrufen, aber das, das, da habe ich so gedacht, ja, aber am Ende des Tages ist sie, glaube ich, zu Recht im Finale gewesen. Also, äh, insofern habe ich dann gedacht, ja, gut, äh, das, das ist es dann halt auch, ne? Slowenien, also wir hatten ja beide Slowenien auch auf dem, auf dem Trichter. Wir haben ja gesagt, Slowenien kommen weiter, ähm, sind ja auf Platz fünf, äh, auf Platz sechs gelandet im, 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 im Halbfinale. Und, ähm, die zwei haben das eigentlich ganz gut gemacht. Äh, die haben es eigentlich so gelassen, wie sie es auch im Vorentscheid hatten. Also, ähm, man kann das mögen, ähm, aber man kann es auch nicht mögen, aber es war für mich eine stimmige Performance und sie hat es auch stimmlich ganz gut gemacht. Also, es hat auch irgendwie gepasst. Sie ist jetzt nicht die große Sängerin. Ich finde jetzt nicht, dass sie sieht, dass sie jetzt die, äh, die Sala eine große Sängerin ist, aber sie hat das irgendwie gut gemacht. Und auch die Griechin hat mich gewundert, die hat ja auch, äh, auch in Amsterdam, aber beim Konzert auch so einige stimmliche Probleme. Äh, aber die, äh, Katharin, äh, Katharin Duska hat das, ähm, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, auch eher, auch eher so mäßig, ne? Also, ähm, also, äh, diesen, diesen, ich glaube, da hat's der Auftritt noch ein bisschen rausgerissen, weil, ähm, das war einfach so sehr gut fortgeführt, ähm, das, was da so im Video, äh, gelaufen ist. Da konnte sie natürlich nicht so viele, äh, Tänzer auf die Bühne bringen, ähm, aber das haben sie eigentlich noch zahlenmäßig auch ganz gut, äh, hingekriegt, aber, ja, so eine richtige gute Live-Sängerin ist sie, glaube ich, auch nicht. Also, ich finde die Stimme sehr interessant und gerade bei den, bei den Studioaufnahmen und so weiter irgendwie, also die hat, ich mag das immer sehr gerne, äh, deswegen, äh, drücke ich da auch tatsächlich mal so ein Auge dazu. Sie, äh, ihre Stimme hat einen Charakter, äh, der so für eine Frau sehr ungewöhnlich ist, so ein bisschen herber, bisschen dunkler und, ähm, du erkennst sie aus ganz, aus Tausenden irgendwie wieder raus, aber so an einigen Stellen war es dann so ein bisschen, äh, da hat sie auch ein bisschen mit der Luft und so weiter auch gekämpft und, ähm, ja, also, aber schließlich und endlich, ich glaube, es gilt ja auch ein bisschen so der Gesamteindruck, äh, war das dann deswegen auch, äh, tatsächlich ins Finale weitergekommen. Und bei der, äh, Sala aus Slowenien, äh, ich finde die trotzdem immer sehr rätselhaft, die, die, die hat immer so irgendwie, äh, so unter dem Motto, die guckte dann auch immer so, hoffentlich ist das hier bald zu Ende irgendwie, also die, die machte auf mich auch überhaupt keinen entspannten Eindruck, also, Peter Orban hat auch, glaube ich, äh, noch erzählt, ja, so zwei Krankenpfleger, die sich, äh, in der Pause irgendwie ganz zärtlich irgendwie halt begegnen oder so. Ja, ja. Und, ähm, ja, also, äh, also, äh, ich glaube, man muss sagen, die haben da ein sehr modernes Stück irgendwie hingelegt und, äh, haben da nicht sehr viel experimentiert und sind damit ja gut gefahren, ne? Also, ähm, also, ähm, die Punkte waren auch so zwischen Jury und Zuschauer so 50-50 fast. Also, ähm, das, äh, hat wohl auf gleicher, auf gleicher Linie auch gut, ähm, gut gepasst, ne? Ja, denke ich auch. Also, Belgien, dass Belgien nicht weitergekommen ist, hat mich, hat mich nicht gewundert. Mmh. Georgien, äh, auch, ähm, obwohl der gute Mann gut gesungen hat, der gute Otto, also, das muss man eben auch lassen. Mmh. Das hatte aber, war ein bisschen, äh, war ein bisschen so, äh, schreierisch, dass Montenegro nicht weitergekommen ist, war zu erwarten. War da oder war nicht da, ne? War nicht, war jetzt, war jetzt, äh, 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 ja, unser, unser, unser lieber Ralf-Siegel dabei oder nicht? War da da. Ja, da, 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 ja, genau. War da da, war da da, ähm, ähm, und Finnland, zu Recht, der letzte Platz im ersten Simi. Ähm, das war, das war unter aller, dieser, 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 dieser Auftritt, das war so, äh, undurchdacht, also, wirklich, äh, ich hab das nicht verstanden, was die da gemacht haben. Also, ich glaub, das hat niemand so richtig verstanden, deswegen sind die auch nicht weitergekommen und ich hoffe, dass die Finnen ein bisschen was an dem Vorentscheid rumschrauben und dass sie jetzt im nächsten Jahr endlich mal wieder ein paar mehr, äh, Künstler dort auftreten lassen, als nur den einen und dann in der drei, drei Titel irgendwie lieblos hintereinander singt. Mmh. Ähm. Ähm, da warten wir mal ab. Da gibt's eine gute finnische, finnische Künstler, die durchaus mal, äh, dort, äh, dort dabei sein könnten und ich hoffe, dass die wieder zu den normalen UMK zurückkommen. Mhm. Ja, genau. Und das um Portugal, ähm, hat mich ehrlich gesagt auch nicht gewundert, weil. Ja, wir haben ja gesagt, es wird wohl drin sein, weil das wird irgendwie den Leuten dann doch irgendwie als was Besonderes, äh, erscheinen, aber, äh, es hat dann tatsächlich wohl auch, ähm, ja, wobei, wenn man ja, wenn man gerade guckt, bei den Juries ist es wohl, ähm, eher durchgefallen, da sind nur acht Punkte und 43 von den Zuschauern. Ich glaube, die wenigsten Punkte, ne? Ja, gut, 43 Punkte sind jetzt auch nicht so, so die Welt, also, es muss jetzt, ähm, tatsächlich auch, ähm, viele nicht so berührt haben. Also, es war ja so in meiner Playlist immer der Song, den ich tatsächlich dann auch geskippt habe immer, weil, ähm, das. Ja, kann, ich konnte es mir auch nicht anhören, ich fände es auch irgendwie schrecklich. Irving fand es ja super. Ja, das ist natürlich, äh, klar, hat natürlich jeder auch einen anderen Geschmack und vielleicht auch einen anderen Zugang dazu, aber ich muss ehrlich sagen, mir fehlt der Zugang dazu. Also, ähm, ja, und er hat jetzt ja auch, kann man ja schon mal sagen, er hat den Barbara Dexter Ward gewonnen, also für das schlechteste Kostüm. Ja, ja. Ähm, kann man so sagen, zu Recht oder auch nicht, also ich, ich find's durchaus, ich fand, es war nicht besonders gut aus, was er da anhatte, ähm, obwohl, obwohl zum Beispiel Tamta zum Beispiel schlimmer ausgesehen hat, aber, äh, ich kann schon nachvollziehen, dass er den Barbara Dexter Ward gewonnen hat. Kommen wir noch mal zum zweiten Semifinale, da hat, äh, der Gewinner auch den ersten Platz gemacht, äh, der Duncan mit Arcade, ähm, oh, Dänemark ist gerade so weitergekommen mit Leonora, Love is Forever. Da war, glaub ich, nur ein Punkt, ja genau, zwischen Litauen und Dänemark, ein Punkt. Ein Punkt. Mhm. Sehr knapp, aber Litauen fand ich viel, viel schlimmer, also muss ich echt sagen, ich bin froh, dass der, 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 der Löwe Run with Lions nicht weitergekommen war, weil er hat auch nicht besonders gut gesungen, ähm, ähm, Moldau war auch eher so, hm. Ja, da war ja dieses mit dieser Sandmalerin. Ja, das war alles schon mal geklaut, also alles nur geklaut. Ja, die Sandmalerin war ja sogar die gleiche, die damals auch schon mal beim ESC, ähm, die Nummer. Aber war das ernsthaft dieselbe Künstlerin? Ja, es war sogar dieselbe Künstlerin. Moldau. Ähm. Ich glaub, aus Moldau war die. War das nicht Ukraine, glaub ich, irgendwie, also, also das war jetzt Moldau, aber damals war das, glaub ich, irgendwie in der Ukraine. Und, ähm, ja, wir hatten dann so ein bisschen in der, in den Proben auch, äh, dann so den Streit, ob das jetzt wirklich dann irgendwie so, so live irgendwie halt war. Nee, war's nicht, ne? Doch, ich glaube schon, weil ich glaube, sie haben einfach diese, diese Kameraeinstellung über diesem Sandding irgendwie schneller eingestellt, damit das irgendwie so einen anderen, weißt du, so ähnlich wie bei dieser Postkarte 2011 mit den, mit den, ähm, Autos und, 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 und Fußgängern und so weiter, wo man das dann auch so schneller dreht und dann hat das so einen, so einen, so einen besonderen Effekt. Und ich glaube, so war das halt auch, weil man konnte, man konnte sehen, die hat wirklich live da, ähm, diesen, diesen Sand hin und her geschoben. Und das können solche, solche Sandkünstler, ich glaub, da gibt's auch nur, äh, nur, nur eine Handvoll auf der Welt, die sowas können. Und, ähm, und die machen da selber auch so eigene, äh, ja, wie nennt man das, Konzerte oder Auftritte irgendwie mit dieser Kunst. Und, ähm, nur es war halt, wie gesagt, weil es eben halt auch so ein, so ein Lama-Song war, so von so einer leidenden Zahnarztfrau, ähm, musste man da natürlich irgendwie so einen Effekt irgendwie halt, ähm, machen und, ähm, hat, ist, ist dann dazu übergegangen. Und es gucken ja doch eine ganze Menge Leute, die so einen ESC-Background haben und da hat man dann sofort so, ach ja, das erinnert mich an 2011. Und, ähm, das, ähm, ist ja eben halt dann auch, äh, so eine Geschichte dabei, ne? Richtig, ähm, Kroatien hat mich nicht gewundert, dass er nicht weitergekommen hat, aber ich muss sagen, der hat eine geile Stimme, der lieber Rocko. Der hat eine richtig, richtig gute Stimme. Ich fand's irgendwie, das war einfach der falsche Song für ihn. Ähm, Karussell hat mich, äh, die Letten haben mich auch so ein bisschen, ähm, also die haben eine nette Performance gehabt, so. Aber, ähm, schade. Dann doch, dann waren sie doch ein bisschen zu normal, ne? Würde ich mal sagen. Ja, vielleicht einfach zu, obwohl das Lied nett ist. Also ich, da kam ich, äh, Sarbuk oder Sirbuk aus Armenien ist ja auch nicht weitergekommen. Ähm, die hat auch nicht besonders gut gesungen, fand ich. Ein bisschen schief war es auch. Wo es mir ein bisschen leid tut, ist mit Paenda, oder? Also die hat, hat sehr, sehr gut gesungen. Auch, äh, das hat auch abgeliefert, aber ich glaub einfach, dass der Titel vielleicht ein bisschen zugetragen war für sie. Also zugetragen für den Contest gerade. Das hat einfach irgendwie grad nicht gepasst, aber, äh, ich glaub, die Österreicher, ähm, sollten weitermachen wie bisher auch mit der internen Ausschau, finde ich. Weil die haben immer gute, äh, gute Künstler und Paenda war auch eine gute Künstlerin, fand ich. Ähm, da müssen sie sich nicht verstecken. Das hat halt diesmal einfach nicht geklappt. Naja, ich glaube, in Österreich ist halt so ein bisschen, da wagt man eben halt auch ein bisschen was. Ja. Und wenn ich mir, wo ich jetzt gerade so auf die Punkte sehe, muss man ja dann auch immer so sagen, der, der Erfolg und Misserfolg Österreichs und Deutschland liegt ja immer sehr nah beieinander. Ich seh grad, die Österreicher haben ja vom Publikum auch null Punkte bekommen. Also das mal dazu von irgendwelchen, äh, gehässigen, äh, Kommentaren bei Twitter, dass wir ja so schlecht abgeschnitten hätten. Also das ist da leider auch, wobei ich's da auch, äh, nicht so ganz verstehen kann. Ähm, ich glaube, dass die, dass dieser Beitrag von Pender, glaub ich, so ein bisschen, ähm, die Geister auch sehr scheidet. Die einen finden's wirklich supergeil und die anderen können mit diesem, ja, Flüstergesang oder was sie da, ähm, was sie da singt auch nicht so wirklich was anfangen. Und es ist ja auch ein bisschen etwas weiter ab von dem, was Pender sonst wohl irgendwie auch an Musik macht. Ähm, ich war sehr beeindruckt, ähm, die Postkarten waren ja so, ähm, äh, so gemacht, dass die, dass die Künstler eigentlich so mehr oder weniger dann da auch so mit, mit anderen Tänzern zusammen da. Und sie hat da so ein, sie hat da so ein Zwingtanz irgendwie, äh, aufs Parkett gelegt und richtig klasse. Also das hätte ich gerne im Finale nochmal gesehen in der Postkarte. Das, äh, dazu kam's ja dann leider nicht mehr. Und sie haben auch ein schönes Bühnensetting auch gehabt. Ja. Das, äh, mit diesen, mit diesen beleuchteten Stäben, also, ähm, das konnte man jetzt auch gar nicht so im Fernsehen so genau sehen, weil man nur so die Lichter irgendwie halt so sehen konnte. Und, ähm, ja, also, die wird ihren Weg weitermachen. Also das wird jetzt, äh, das wird sie nicht runterziehen und ihre Karriere beenden. Nee. Also, ähm, insofern, äh, und, und, ja, und sie, sie haben sich für Pender entschieden und, äh, das Publikum nicht insbesondere und dann hat es eben halt nicht gepasst. Also, ähm, an dem, äh, Vormittag, bevor das, ähm, Semifinale losging, da hatte ich noch so ein ganz komisches Gefühl dabei. Da hab ich so gedacht, na, Österreich, irgendwie hab ich da ein komisches Gefühl und es war dann auch leider so. Dass sie natürlich so weit unten irgendwie gelandet ist, das, ähm, ja, das ist dann halt manchmal auch so, ne? Tja, die Iren haben mich nicht gewundert, weil das Lied, das der lieben Sarah McTurney überhaupt nicht gepasst hat. Also, sie haben eine 50er-Jahre, äh, oder 60er-Jahre, äh, Performance hingelegt mit irgendwelchen schlürfenden, äh, Milchshakes und ganz komischen, ähm, ja, Sixty, äh, ähm, 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 äh, Deiner-Performance irgendwie. Es hat irgendwie alles nicht gepasst zu diesem Song, null gepasst, ähm, und ich glaub, die Iren müssen, glaub ich, mal ein bisschen was tun an ihrer ganzen Einstellung zur, zur Auswahl von einem Künstler oder, oder einer Künstlerin. Weil das ist echt, außer im letzten Jahr, sagen wir mal, äh, alles irgendwie nicht gut. Hm, nicht wirklich gut. Also, ich weiß nicht, was man mit den Iren noch machen soll. Also, das ist irgendwie, ähm, nie besonders gut. Gut, letztes Jahr war man auch so ein Ausreißer, wo das auch so funktioniert hat irgendwie. Aber die ganzen Jahre immer schlecht abgeschnitten, teilweise nicht ins Finale gekommen und jetzt der letzte Platz im zweiten Semifinale. Und ich muss auch sagen, zu Recht, weil das war echt unter aller Kanone. Ja, und sie hat auch nicht so eine super Ausstrahlung gehabt, ne? Also, es war, sie war immer sehr, sehr distanziert. Also, du bist was von Marionette, fand ich. Ich hab das so ein bisschen, ich hab das auch so gehört bei den, ähm, bei den Interviews in, in Amsterdam, hab ich mir von einigen Leuten sagen lassen, dass sie auch jetzt nicht so ein sehr gewinnendes Wesen irgendwie auch hat. Und es irgendwie, dieses Unsympathische, das, das ist dann auch noch so ein bisschen über die Kamera hinaus irgendwie transportiert worden, glaube ich. Also, insofern, ähm, ja, hat das irgendwie auch alles nicht so, nicht so ganz geklappt, ne? Also, das, ähm, aber was ich natürlich sehr schade fand, war, äh, tatsächlich, ähm, es hat mich jetzt nicht gewundert, aber was ich schade fand, war, dass Rumänien nicht weitergekommen ist. Ähm, da ist auch ein bisschen, äh, über den Auftritt so abgehatet worden, so, wow, das ist ja so wie Dracula und hm, aber ich fand das wirklich sehr gut. Also, äh, Esther war jetzt auch nicht unbedingt live, so hundertprozentig, aber, ähm, das, also, erstmal mach ich die, erstmal mach ich diesen Song sehr gerne und da hab ich irgendwie auch so gedacht, naja, gut, also, das wird, äh, das wird sicherlich auch nicht gewinnen, aber, ähm, wäre schon schön, wenn's ins Finale irgendwie kommen würde, hat natürlich leider auch nicht so geklappt. Aber, ähm, ich, ich fand das, äh, also, ich find sowieso ganz oft die Sachen aus Rumänien auch eh, ähm, immer sehr, sehr schön und, ähm, und Rumänien hat ja auch einen, äh, guten Geschmack gezeigt, dass sie im Finale dann auch Australien zwölf Punkte gegeben haben, also, ähm, ja, also einfach weitermachen, also, ähm, Esther Peoni hat, ähm, da, finde ich, einen guten Job gemacht, aber es hat halt leider nicht so ganz gereicht, das hat mich, wie gesagt, sehr, 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 sehr gewundert, ne? Ja, dann kommen wir mal zum Finale, ne, und wollen wir von unten, von unten nach oben anfangen, mal so ganz kurz, äh, nicht alle, aber so. Ja, vielleicht, vielleicht sagen wir erstmal was, äh, überhaupt zum, äh, so, zum Finale, was uns da irgendwie aufgefallen ist vielleicht, so, von der Show her oder so. Wollen wir erstmal über Madonna reden? Ja, dann haben wir's weg. Dann haben wir's weg. Also, ich hab ja noch nie, also, das hat überhaupt nicht gepasst, es hat, diese, 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 diese Abstimmung hat ja, fast 50 Minuten gedauert, dass man, das war schon lange, und der Auftritt, der kam ja noch kurz vor Ende der, 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 der Abstimmungsmöglichkeiten, und Madonna hat live teilweise, also, ich sag mal, schlechter gesungen als alle anderen zusammen. Unbedingt. Also, das war unter aller Kanone, und das Schlimme ist, die haben, die haben jetzt ihre, ihre, ihre Performance, ähm, nochmal geändert in, 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 in den YouTube-Videos, ne, die haben, die haben, die haben, die haben, die haben das nochmal nachgearbeitet, die, die Performance, ähm, stimmlich. Also, das war alles unter Kanone, und ich hab auch den ganzen Auftritt nicht verstanden, like a prayer mit ganz vielen, ganz vielen Mönchen, und, äh, und dann dieser, dieser komische Reggae-Sound von ihrer neuen Single Future und so, also, es war irgendwie, alles irgendwie nicht, ein rundes Ding, und, ähm, auch, auch, auch Megastars haben nicht unbedingt immer gute Stimmen live, also, ich glaub ... Ja, erstmal wurde ja, erstmal wurde ja auch ein, äh, ein Riesen-Hype da drum gemacht, kommt sie jetzt, oder kommt sie nicht, ähm, man hat das dann im Nachhinein so ein bisschen verbrämt mit, ja, aus Sicherheitsgründen, man hätte jetzt angeblich auch die Reihenfolge im, äh, im Intervallbereich irgendwie wohl auch geändert, sie hätte wohl, äh, wohl irgendwie vor Netta noch kommen müssen, Netta hat ja ihr, ähm, ihr neuen Song Banana irgendwie aufgeführt, äh, ich kann mir aber vorstellen, dass Madonna nicht irgendwie letztendlich äh, vor einer Nachwuchskünstlerin irgendwie auftreten wollte, ich glaube, das wird, ähm, das wäre dann auch nicht, also, da wurde auch, glaube ich, viel Gerüchte verbraucht, und, ähm, ja, mit den Mönchen, das ist natürlich, weil ja Like a Prayer so, so, so einen, so einen klerikalen, äh, Hintergrund hat, Ja, genau, diese Platte, ähm, hat ja jetzt am 14. Juni, wenn jetzt auch dieses neue Album, äh, X oder Ten, äh, rauskommt, ähm, äh, 30-jähriges Bestehen, und, ähm, ja, bei Madonna ist es ja so, ähm, ich hab ja im Vorfeld auch so gesagt, so, ja, vor 20 Jahren hätte ich sie gerne gesehen, oder auch vor 30 Jahren oder so, weil, ähm, sie hat wirklich zu jedem Album, hat sie sich neu erfunden, und ich glaube, dass irgendwann ist einfach auch mal dann die Zeit da, äh, dass man vielleicht an diesem Zeitgeist auch nicht mehr beteiligt ist und, äh, nicht mehr weiß, und, ähm, ich weiß nicht, wer das geschrieben hatte, bei Twitter schrieb einer so, das ist eben halt, wenn man sich zu geil findet, und so war dann der Auftritt auch, ja, es war eine überdimensionale Bühne, ähm, dann war dieser Rapper Quaivo, mit dem singt sie ja dieses Future, ich finde, das ist ja so, das ist ja so, so, so Rap mit Reggie, so, so bisschen so, ja, genau, und, ähm, hat mich jetzt auch nicht so ganz gefixt, ich hab's mir dann auch noch mal irgendwann, äh, auf dem Weg zur Arbeit jetzt die letzten Tage noch mal einmal angehört, ja, das ist dann so wie bei, bei so manchem ESC-Song, den man selber nicht so geil findet, aber man hat plötzlich einen Ohrwurm irgendwie, so war das dann schon auch ein bisschen, ähm, ja, also es war schon, glaube ich, ein Desaster für sie, also, ähm, äh, ich hab irgendwo dann auch gelesen, dass dann einer schrieb so, ja, und jetzt hauen wieder alle auf Madonna, das ist wieder so typisch Internet und so weiter, aber ich glaube, da springt man jetzt irgendwie einer Künstlerin bei, wo man jetzt sagt, das muss sie leider alles können, also, äh, insofern hat's jetzt wirklich, ähm, diese, was hat sie, ich glaube, 1,15 Millionen soll sie jetzt irgendwie wohl, äh, bekommen haben, ähm, ja, und dann hat man ja, ähm, das fand ich ja auch noch so ganz witzig, dann hat man ja irgendwie in dem Hotel, wo sie gewohnt hat, da die ganze Etage wohl irgendwie umgebaut und da hat wohl der Head of Delegation von Russland, der, der Kirchhoff hat da wohl irgendwie noch gewohnt und den wollten sie da irgendwie loswerden und, ähm, der wollte da ja nicht raus, ne? Weiß ich, wie sie ihn nachher gekriegt haben, vielleicht haben sie ihm auch das, äh, das Zimmer dann kostenlos überlassen, das Ersatzzimmer oder so, aber da hab ich auch so gedacht, ja gut, der ist ja nun auch in der ESC-Welt, ist der ja nun auch eine Größe und der kann sich dann ja auch sagen, ja, dann muss ich... Ja, der hat ja auch Geld, ne? Der hat ja auch Geld, so, ne? Und dann, ähm, Multimillionär, also... Ja, dann kann der ja irgendwie auch sagen, ja gut, was, was, äh, was will die alte Tante da irgendwie, dann soll sie doch ins anderes Hotel gehen oder so, also das kann ich irgendwie dann auch schon verstehen, ähm, aber es war so ein bisschen traurig, also wir, ähm, wir sind dann alle aufgesprungen, als dann dieser, ähm, da kam ja dann so ein Gong und dann hat sie dann ja, ähm, angefangen zu singen und, ähm, das war schon irgendwie, ich glaube, das liegt natürlich auch, ähm, ähm, beim Alter liegt es, glaube ich, auch dann so ein bisschen, äh, die Stimme ist vielleicht dann auch nicht mehr so fit und, äh, vielleicht hätte sie sich da auch vielleicht ein bisschen, ähm, vorher noch vorbereiten müssen, warm machen müssen, keine Ahnung, was man da sonst so als, als Sänger alles so für, für Übungen oder so macht, also, ähm, das war vielleicht auch und, äh, und da waren tatsächlich, ähm, einige, ähm, Kamerafehler, also es gibt da bei Like a Prayer, da gibt's dann so einen Zoom irgendwie den, die Treppe hoch und auf einmal ziehen sie den wieder zurück und machen nochmal irgendwie, äh, die Kamerafahrt nochmal von vorne, äh, da hat wohl der Kamerabahn noch nicht gewusst, dass er jetzt schon auf Sendung ist und, äh, und ganz am Ende, bevor sie dann so rückwärts mit dem Quai, wo da irgendwie, äh, nach hinten fällt, von der Treppe runterspringt, da war dann auch plötzlich dann so dieses, ähm, da diese, dieses, ähm, na, die, diese Pyramide da, die man da manchmal auch so dann auf der Bühne da gesehen hat, äh, so dieses, dieses Grundbild da von der Bühne hat man plötzlich einmal ganz kurz zwei Sekunden da irgendwie gesehen, also das war, und was ich nur witzig fand bei diesem, es gab ja vorher wieder den, den Countdown mit, ähm, Barbara Schöneberger und da hatte sie zu dem einen Reporter umgeschaltet, ähm, der dann schon ankündigte, naja, ähm, sie hat dann ja geprobt und da haben sie wohl, äh, irgendwo einen Regler aufgelassen und dann konnte man das wohl, weiß ich, im Pressezentrum oder sonst wo irgendwie, äh, schon den Gesang hören und da sagte er dann schon, naja, das wird nicht so doll, also das hatte er dann schon so um, weiß ich nicht, 20.30 Uhr oder so schon angekündigt, also so unter dem Motto, konzentriert euch lieber auf die 26 Teilnehmer, das, äh, ist, glaube ich, äh, irgendwie interessanter und, ähm, ja, also, äh, es gab auch, äh, also, jetzt mal abgesehen, dass wir uns ja gerne irgendwie in den sozialen Medien alle so ein bisschen die Mäuler über alles Mögliche zerreißen, aber, ähm, das war schon jetzt, äh, keine falsche Einschätzung, dass ich würde mal sagen, 95 Prozent der Leute irgendwie den Auftritt scheiße fanden, ne? Ja. Also, ähm, das, äh, das war, hab ich sehr viel darüber gesagt worden, auch, äh, in der Presse und so, äh, äh, wir haben einen Gewinner und, ähm, Madonna ist die Letzte. Ja, genau, genau. Also, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind doch nur Drittletzter, ne? Ja, ja, genau. Ähm, äh, äh, ja, Letzte Platz, ähm, lustigerweise zwei Laurel Baker oder Barker-Titel sind auf den letzten und vorletzten Platz. Hm. Das heißt, es heißt ja auch, dass man im nächsten Jahr nicht immer unbedingt einen Laurel Barker, äh, Song nehmen sollte, vielleicht, ähm, ich sag mal so, Michael Rice, äh, hat, äh, eigentlich nicht so gut abgeliefert, aber auch gesanglich nicht. Der kann das eigentlich besser, äh, mit, ähm, Bigger Than Us, ähm, und ist leider Letzter geworden. Obwohl die Briten das gerade wieder auf den Brexit schieben, das hat aber nicht mit dem Brexit, glaub ich, wenig zu tun und einfach nicht gut gesungen. Das ist einfach, äh, und auch der, das Lied war einfach nicht gut genug. Ähm, ja, die Sisters sind leider, muss man dazu sagen, jetzt vorletzter geworden, weil das Voting ja nochmal geändert worden ist im Nachhinein, weil die weißrussische Jury ja irgendwie die Reihenfolge, äh, der, der, der Plätze irgendwie, äh, falsch bewertet hat und die falschen Plätze bewertet haben und deswegen wurden wir jetzt leider nochmal nach hinten verletzt und zwar einen Platz nach unten. Und ich muss leider sagen auch, ähm, die Performance war nicht gut und nicht wirklich gut. Ähm, der Song war nicht gut und es war auch irgendwie erwartbar, oder? Wir haben auch damit gerechnet, dass wir nicht besonders gut abschneiden. Also, wir zwei, ne, wir hatten das ja auch so ein bisschen vorhergesagt. Es gab dann auch, ähm, andere, die das schon gesagt haben, wir werden nicht gut abschneiden und jetzt heißt es ja, dass der Vorentscheid ja nochmal geändert werden soll. Ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt hören in den letzten Jahren. Wie oft sollte der jetzt geändert werden? Ja, also beim Finalabend war es ja irgendwie so, ähm, bei mir mal so ganz kurzzeitig irgendwie, dass man so denkt, naja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne? Und, äh, na, vielleicht wird's ja doch irgendwo das Mittelfeld oder so und, ähm, nee, das ist irgendwie, das Bauchgefühl hat uns ja, glaube ich, dann, ähm, richtig, äh, hingewirkt. Ich glaube, man muss mal eins sagen, ich glaube, die beiden haben schon einen guten Job gemacht. Also, ich glaube, gesungen haben sie gut und sie haben sich da auch, glaube ich, gut geschlagen, was also dieses Pressegedöns drumherum irgendwie so passierte, so nach meiner Beobachtung sogar die, ähm, Carlotta ein bisschen besser sogar als die Laurita, aber beide haben sie wirklich, äh, einen guten Job gemacht und, ähm, ich glaube, da sind ganz andere Leute, die tatsächlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Also, was mich, ähm, also mich ärgert das tatsächlich auch jetzt wirklich. Ich war jetzt wirklich so ein bisschen die, die letzten zwei, drei Jahre immer sehr nachgiebig, dass ich so gedacht, naja, gut, und, äh, das ist halt irgendwie auch von, auch von anderen Faktoren, ähm, äh, auch abhängig, äh, die der NDR irgendwie auch nicht zu vertreten hat, das glaube ich auch immer noch, aber es ist, ähm, letztendlich dafür, dass es uns wirklich und es fällt ihnen jetzt wirklich auf die Füße und, äh, äh, all denen, die jetzt sagen, das hatte, das war außer Konkurrenz und es ist, äh, außerhalb dieser, äh, Songwriting Camps und so weiter entstanden, wenn man das schon verkauft als Complete Act, ähm, und es ist im Grunde genommen alles nicht fertig und man, äh, es gibt, auch die Big Five hatten ja zwei Durchläufe, der eine war am, äh, Freitag, jetzt muss ich noch mal gucken, Freitag den Zehnten und der andere war am, äh, Sonntag den Zwölften und zwischen diesen beiden Tagen, äh, da war tatsächlich der Auftritt nochmal, da waren Welten noch, äh, tatsächlich dazwischen und man hat zumindest das Schlimmste noch am Sonntag dann rausgenommen, man hat da so, so, äh, Stockfotos gehabt, die wahrscheinlich irgendwelche Platzhalter, äh, waren, um jetzt, ähm, da andere Bilder irgendwie halt reinzubauen, das sollte wohl so ein bisschen, äh, so ähnlich sein wie bei Michael Schulte, so mit verschiedenen Bildern über Frauen oder keine Ahnung, weil die waren ja noch nicht jetzt, ähm, im Grunde festgecheckt und dann haben sie das, im, im zweiten Teil haben sie dann halt dieses, ähm, mit den Köpfen und da muss ich mal tatsächlich aus dem Nähkästchen, äh, plaudern, wenn du in der Halle stehst, dann ist dieser Effekt auch mit diesen Köpfen auch gar nicht mal so schlecht, aber da die Kamera natürlich auch, ähm, in diesem Zwang steht, auch mal Nahaufnahmen und dann wieder Totalen und so machen, ähm, dann wirken diese Köpfe auch letztendlich dann nicht mehr, also das ist auch, äh, so ein bisschen, äh, äh, das ist auch, äh, nicht richtig durchdacht und ich meine zwischen dem Vorentscheid und dem, äh, Finale oder spätestens mit dieser, mit dieser Probe, ähm, äh, hätte ja, liegen zweieinhalb Monate und, äh, dass man da nicht irgendwas, äh, Besseres auf die Bühne bekommt, ich frage mich da mittlerweile so, wie macht denn der NDR sonst so seine ganzen Shows und so weiter, also das ist, äh, das ist wirklich und es macht mich auch ärgerlich und, ähm, wenn ich das zum Beispiel mal so vergleiche, so beim, beim, ähm, beim NDR, was die so rund um den ESC irgendwie halt so machen, wenn ich mir zum Beispiel die, die ganze Arbeit bei Eurovision.de irgendwie so ansehe, die haben das wirklich über die Jahre hinweg wirklich verbessert, optimiert, die haben ja mal angefangen, diesen Songcheck so auf Sitzwürfeln irgendwie halt so machen und haben jetzt da so eine schöne Sitzgruppe, dann haben sie mit Alina und mit Stefan wirklich zwei ganz tolle Moderatoren, die haben auch, glaube ich, mittlerweile ein tolles Team auch dann immer vor Ort, die die ganzen Interviews und so weiter macht und warum klappt es dann auf Seiten des NDR Fernsehens nicht mit unserem Act? Das verstehe ich nicht, also, ähm, das ist schon irgendwie so eine Geschichte, ähm, ich, ich sage auch gar nicht so, äh, wir hätten jetzt auch diese Punktzahl haben können mit wirklich einem guten Song, aber das war's halt nicht, also das war so vorhersehbar und das ist, ähm, finde ich sehr, sehr schade und ich sag's jetzt nochmal, die Sisters haben dagegen wirklich einen guten Job gemacht und ich hoffe, dass sie da wirklich auch, ähm, unbeschadet dabei herausgehen und die haben ja selber so in dem Interview noch gesagt, so, jetzt wissen sie, was sie wollen und was sie nicht wollen, das war vielleicht auch nochmal so ein Hint darauf, dass ihnen vielleicht auch das eine oder andere nicht gefallen hat, was ihnen da vielleicht so aufoktroyiert wurde. und, ähm, das ist wirklich so ein bisschen, ähm, mittlerweile denke ich da auch so wirklich, da muss auch, glaube ich, äh, personell irgendwie mal ganz andere Leute ran, die wirklich auch so von, äh, Musik, von Präsentationen und so weiter wirklich ein bisschen mehr Ahnung haben und wenn man einem so erzählt, äh, das war dann in der Pressekonferenz nach dem ersten Durchgang so, naja, das ist ja eine Probe und wir probieren mal, ähm, das stimmt nicht, also, äh, man nutzt diese ESC-Probe, um zu gucken, ob das, was man sich da vorgestellt hat, wirklich rund läuft, ähm, also bei dem, äh, bei, bei diversen Leuten hat man das ja gucken können, die haben dann mal eine Lampe auf dem, äh, auf eine Bühne gestellt und dann mal wieder nicht, dann haben sie so kleine Details, die haben sie mal ausprobiert, können, machen wir das mit oder ohne. Ja, bei den Niederländen haben sie das ja auch gemacht, da gab es ja auch eine Variante mit Lasern im Hintergrund und ohne, und ohne Projektion oder mit Projektion, also sie haben mehrere Sachen ausprobiert, das ist aber ein anderes Ausprobieren, als wenn man den ganzen, den ganzen, äh, Act sozusagen über den Haufen wirft, oder? Ja, genau. Das sind, das sind, das sind sozusagen, äh, äh, gestalterische Elemente, die man ändert. Und diese Zeit hat man da auch nicht mehr. Nee. Also zwischen diesen zwei Proben liegen zwei Tage und, ähm, ich weiß gar nicht, äh, wo und was die da noch irgendwie gemacht haben. Also, äh, ich glaube, selbst bei der Performance wäre auch vielleicht ein Choreograf irgendwie vielleicht auch noch gut gewesen, der das, äh, hätte dann irgendwie gemacht. Und, äh, und man wird jetzt mittlerweile, äh, man wird ja von Jahr zu Jahr vertröstet, ja, jetzt haben wir den Stein der Weisen und irgendwie alles ganz toll und so weiter. Und es ist halt so, ähm, dieses mit dem Panel ist sicherlich irgendwie ein Schritt, wobei, äh, das muss ich jetzt auch nochmal wieder unterstreichen, beim Vorentscheid hat das Panel für die Sisters auch nur sechs Punkte gegeben, also Mittelfeld. Also, äh, dass man, äh, dieses Panel da auch nicht etwas mehr in den Vordergrund gestellt hat, das, äh, verstehe ich eigentlich da auch nicht so recht. Weil, äh, äh, entweder steht man zu dem Konzept oder man lässt es irgendwie halt bleiben. Und, ähm, es war dann tatsächlich wohl auch nur ein Zufalls, äh, Wurf mit Michael Schulte damals. Natürlich, ja, ja. Und, äh, ich hab ja damals noch gesagt, ja, wäre schön gewesen, wenn wir da Platz 11 geworden wären, weil dann hätten sie gewusst, ja, sie müssen jetzt noch ein bisschen noch weiter dran arbeiten, weil sie haben ja gesagt, dass wir, wir werden, wir machen die Top Ten. So, und, äh, ich finde schon, diese Aussage ist sowieso schon ein bisschen, und irgendjemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, irgendjemand hat noch gesagt, ähm, das ist sowieso auch der falsche, ähm, das falsche Vorgehen als Land oder als Teilnehmer schon so unter dem Motto, ja, wir wollen Platz 10. Die Schweden zum Beispiel gehen da hin, die wollen da gewinnen. Die wollen gewinnen. So, und das, äh, und so muss man an den ESC rangehen. Ob man das dann nachher tut, ist ja die zweite Frage. Aber die, man muss es wollen. Und das, äh, das ist ja auch noch so eine Geschichte irgendwie so dabei. Und mir fehlt da tatsächlich auch so ein bisschen so diese, dieses Herzblut irgendwie dabei. Und, äh. Ja, das ist alles so, alles so 0815. Es ist irgendwie so hingeklatscht gewesen. Es hat, ähm, es war erwartbar, ähm, ich glaube, ich glaube, wir sind auch, äh, auch in den Kommentaren unter der, unter der Kandarre gelaufen. Also, wir sind, wir haben keine Rolle gespielt. Null. Null eine Rolle. Und das war erwartbar. Und, ähm, ich sag mal so, die Nierländer haben es, ähm, sehr, sehr gut gemacht. Sie haben einen sympathischen Sänger gehabt. Sie haben einen, sie haben ein Lied gehabt, wo man sich auch drüber streiten kann, aber das Gute ist oder nicht. Aber es war, äh, hervorragend gesungen. Er hat Leute berührt. Und, ähm, es war reduziert, eine reduzierte Performance ohne viel Schnickschnack. Und dass das auch funktionieren kann, wenn man das fünftig macht, äh, zeigt ja auch viel. Aber auch, äh, sowas wie Malta zum Beispiel, die ja auch, ähm, gut, Platz 14 gemacht haben, aber eine riesige, äh, äh, Choreografie dort hingelegt haben mit, mit verschiedenen bunten Sachen und so und, äh, verschiedenen bunten Elementen und so weiter. Also, das hat mich, ähm, auch überrascht, dass man so arbeiten kann. Oder auch die Australier zum Beispiel. Also, die Performance hat es so in der Form noch nie gegeben, noch nie. Und es hat, es hat gewirkt. Man hat erst gedacht, die kommen erst gar nicht ins Finale. Und, äh, dann haben sie Platz 9 gemacht. Also, die Deutschen haben erstens ein, ich glaube, ein großes, großes Problem in der Auswahl, in der, in der, in dieser ganzen Prozedere. Ich glaube, wir haben jetzt gerade eher so einen Punkt, wo wir, wo wir sehr, sehr mathematisch da hinterher gehen. Und ich glaube, mit Mathematik funktioniert das nicht. Ich glaube, man muss, man muss Künstler direkt ansprechen. Man muss Künstler auch, ich, obwohl ich jetzt nicht ganz abgehe, ist zum Beispiel auch dieses, ähm, Songwriting-Camp, was ich gut finde, ehrlich gesagt, als, als Methode, auch einen Song zu finden, extra für den ESC. Und zu sagen, gut, wir, wir, wir lassen das nicht mehr durch ein Panel laufen, sondern wir suchen, wir, wir, ähm, werben explizit Künstlerinnen und Künstler an, die bekannter sind oder auch, auch ein bisschen so einen, einen Hintergrund haben, ein, ein Management dahinter haben. Und zu sagen, gut, wir machen, wir schreiben in einem, in einem, in einer Woche gemeinsam dann halt Songs. Ja, die, die, die sie auch selber mitschreiben können und auch mit, mit sozusagen mit in den Topf werfen können und dann, dann könnte man sich ja überlegen, ob man, das Panel finde ich eigentlich immer noch gut, weil es sehr, 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 sagen wir, sehr, sehr genau, nicht genau ist, aber sehr, sehr, ähm, nah ran kommt an dem, was das Ergebnis auch ist, ne? Also, das muss man denen auch lassen. Also, die haben immer, die letzten zwei Mal, wo wir das hatten, immer sehr, sehr, fast sehr, sehr ähnlich, ähm, gestimmt, wie das Ergebnis auch ist, ja, also von der, von der Art und Weise her und ich glaube, dass man da irgendwie daran festhalten sollte und wo man, glaube ich, nicht mehr daran festhalten sollte, also die Juries, glaube ich, sind auch nicht ganz ohne, aber man sollte keine deutsche Jury in der deutschen Jury haben. Also, ein Deutsch in der deutschen Jury, was, was, die kann ja auch nicht selber für unser eigenes Land abstimmen. Wie absurd ist das? Und dann noch jemand als, von einem Mentor, von The Voice dorthin zu stecken, den, den, den Carlotta auch noch kennt und sehr, sehr gut kennt und sozusagen ihr, ihr Mentor war bei The Voice, das finde ich sehr, sehr schwierig. Das finde ich richtig, richtig schwierig und, äh, da, äh, gibt es, gab es so viel Ungereimtheiten in diesem Vorentscheid, dass man, glaube ich, von diesem ganzen Complete Act, von diesen externen, äh, Acts wegkommt und sagen muss, gut, dann suchen wir uns halt, äh, Menschen, die halt Erfahrung haben, Musikerfahrung haben, vielleicht auch Management schon dahinter haben, wo, wo man dann gemeinsam in einem Camp mit mehreren solcher, äh, mit solcher Acts dann einen Song schreibt und fertig ist. Ja, oder, oder tatsächlich, man braucht ja sich nur den, den, äh, den Countdown irgendwie um 20.15 Uhr an, da treten lauter Künstler auf, äh, die könnten alle da mal hingehen. Also, äh, sie haben halt alle nur die Books voll, da, äh, wirklich, ähm, sich da auch mit einem, mit einem guten Song hinzustellen, äh, auch jetzt, als ich, äh, da, da ist ja Sarah Connor auch aufgetreten und so weiter, ein super geiler, souveräner Auftritt. Ob sie das jetzt dann in, in Deutsch oder in Englisch macht, das ist ja, das, das, das müsste man ja dann sehen. Die Sprache ist, also die Sprache ist egal, also das kann auch ein deutscher Typ sein. Ja, nee, weil sie ja viel jetzt in Deutsch irgendwie auch macht und so, ne, ähm, aber das kann man dann immer, könnte man alles noch, äh, dann, dann bereden. Ich glaube aber tatsächlich auch, das ist jetzt mittlerweile eine so große Maschinerie geworden, dieser ESC, ähm, da irgendwie, ähm, also ich sag mal selbst der, der Luca Haini zum Beispiel, der, der 2012 dann DSDS gewonnen hat, der ist dann jetzt aber auch schon mal ein paar Jahre in dem Geschäft und der hat das dann auch, äh, glaube ich, alles sehr bravourös dann auch, äh, über die Bühne gebracht, von seinem Auftritt über Pressegedöns und so weiter und das war halt so ein bisschen so, teilweise waren die beiden auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren, ähm, und, äh, haben das dann immer so ein bisschen auch so wie so ein, wie so ein Schulausflug dann irgendwie genommen und so und das ist sicherlich auch immer sehr sympathisch, aber ich glaube, dass, äh, man repräsentiert ja auch irgendwo so sein Land und, ähm, das haben sie sicherlich auch gut getan, aber, ähm, da ist, glaube ich, müsste jetzt langsam mal so ein Zeitalter wieder, äh, antreten, wo man wirklich auch, äh, äh, wo wirklich auch etablierte Künstler auch dann mal wieder für uns antreten. Man muss natürlich auch dann die, ähm, äh, die Atmosphäre auch dafür schaffen, ne, dass, äh, dass auch die, die Künstler auch das Vertrauen haben, ja, ich werde jetzt hier nicht verheizt, ne, ich glaube, dass es nicht immer nur dieses Ding ist, ja, die wollen sich ja nicht diesen Wettbewerb aussetzen und bla bla bla, äh, also, also ganz ehrlich auch, ähm, ich habe auch auf dieses, äh, Funktionärsgerede von Herrn Schreiber auch keine Lust mehr. Also das ist wirklich, äh, da, ich sollte, ich finde, der sollte mal mehr in den, in den, äh, in den Hintergrund treten, der sollte dann seine Unterschrift geben, wenn es irgendwo, äh, Geld zu bezahlen ist für, äh, rund um den ESC und dann sollte er da mal so eine Art Produzent oder so irgendwie halt mal installieren, der wirklich mit einer kleinen oder großen Truppe sozusagen ganzjährig dann so, äh, Talentscouting macht und so weiter und diese, diese ESC-Geschichte dann mal ein bisschen auf andere Füße stellt. Also wir fangen jetzt irgendwie wieder an, so wieder von vorne und jetzt ist wieder, äh, oh, und jetzt, äh, wissen wir ja gar nichts und, ähm, und jetzt ändern wir wieder alles und das, äh, das ist wirklich, äh. Das merkt man ja auch gerade, also, ähm, man muss dazu sagen, dieses ganze Panel-Geschichte ist irgendwie wieder verschwunden aus dem Endnetz. Man konnte sich ja für das Panel bewerben, hatte ich auch gemacht, ich hatte nämlich dort, äh, auch diesen ersten, diesen ersten Fragebogen mitgemacht und der ist jetzt weg! Der sollte, die, 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 die Sache sollte eigentlich noch, ich glaube, noch einen Monat, glaube ich, noch weitergehen und jetzt ist, ist die Geschichte weg und man liest davon auch nichts mehr und jetzt, wenn man diesen Link anklickt, bekommt man eine, eine Bewertung, wo man den, 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 den deutschen Act bewertet. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, dass die, äh, ich glaube, von dieser Vorentscheid-Idee weg wollen. Also, wir hatten das ja, wir hatten das schon mal so ein bisschen erahnt, dass es eventuell, ähm, vielleicht eine interne Auswahl gibt im nächsten Jahr und dass wir gar keinen Vorentscheid mehr haben. Oder so eine Variante ist, wo man dann einen Titel aussucht und die einen, und die einen Künstler fest nominieren, wo man dann sagt, äh, gut, es gibt einen Songwriting-Camp mit mehreren Künstlern, mit Dings, äh, mit mehreren, äh, Songschreiber, wo dann ein, ein Song entsteht. Wäre auch eine Variante. Ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es diesen Vorentscheid, wie wir ihn jetzt haben, so in der Form im nächsten Jahr nicht gibt. Ja, ich bin auf, ich bin ja neulich auf die Idee gekommen, vielleicht muss ich noch ein bisschen Abbitte nochmal, äh, leisten. Ähm, ich habe neulich ja über diesen Podcast Merci Cherie irgendwie gesprochen, äh, mit Marco und Alkis heißt der gute Mann. Äh, den Namen, den Namen hatte ich neulich irgendwie vergessen. Und da bin ich nur drüber gestolpert, habe ich jetzt auf dem, auf dem Rückweg, habe ich da die letzten Folgen, ähm, von den beiden gehört, die machen hauptsächlich so Interviews im Rahmen des ESC. Und da haben sie unter anderem mit dem Head of Delegation vom österreichischen Rundfunk gesprochen, mit dem Stefan Zechner, der seit 2011, äh, Head of Delegation, äh, für Österreich ist. Und der hat das dann mal auch ganz interessant, ist die Folge neun, ähm, ähm, erzählt, wie das, äh, eben halt so, ähm, ähm, ja, äh, wie er ganzjährig sozusagen mit dem Thema beschäftigt ist, ähm, Künstler suchen. Da steckt auch so ne, weiß ich nicht, 100- oder 200-köpfige äh, Crew dahinter, die sich dann die ganzen Songs irgendwie anhört und, äh, sagt, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Und, äh, wo dann so langsam sich dann ein Favorit irgendwie daraus, ähm, ergibt. Und das ist eine ganz, ähm, das ist eine ganz andere Arbeit. Also, ähm, weil, ähm, der österreichische Rundfunk macht das einfach nicht nur, ähm, aus, ähm, strategischen Gründen, sondern weil sie sich das einfach auch nicht leisten können. Weil so ein Vorentscheid kostet einfach auch Hölle viel Geld. Und, äh, da stecken sie lieber sozusagen in das, äh, in das, äh, Scouting, ähm, äh, welcher Künstler könnte nächstes Mal für uns irgendwie wieder antreten, als dass sie da jetzt irgendwie aufwendige Shows mit, mit Glitzer und so weiter irgendwie halt machen. Eine Barbara Schöneberger muss ja auch bezahlt werden. Und, äh, ich finde zumindestens, ähm, Thomas Mohr hat ja da auch bei diesem, äh, äh, Frühstück nach dem, äh, Finale ja auch noch gesagt, ja, es gäbe dafür aber irgendwie keine Tradition. Andererseits muss man dann immer sagen, ja, welche Tradition hat denn Deutschland irgendwie die letzten zehn Jahre irgendwie? Keine, keine, keine. Hat sie keine. Keine, keine Marke und nichts. Wir haben keine Vorentscheidmarke, wir haben kein gar nichts. Ja. Und insofern könnte man da, insofern könnte man da tatsächlich dann sagen, so, äh, dann lass uns doch mal überlegen und machen da mal so ein bisschen, äh, Gehirnschmalz. Und dann kann man hier den, äh, Dallheimer von den Heavy Tones da mit reinnehmen, der nun auch ein bisschen Ahnung hat von Musik. Thomas Mohr hatte da auch vorgeschlagen, tatsächlich auch mal diverse, ähm, Radiomoderatoren, äh, der ARD zu befragen, die dann auch so ein bisschen Input geben könnten. Welcher, ähm, äh, welcher Künstler könnte denn mal nächstes Jahr für uns da irgendwie was machen? Und es gibt zumindestens ja, ähm, bestimmt ganz viele Künstler, die so praktisch gerade vor dem Absprung stehen, irgendwie was Größeres irgendwie halt zu werden. Vielleicht eine Sarah Connor wird da sicherlich immer No dazu sagen und würde das mit Sicherheit auch nicht mitmachen, wobei ich das ein bisschen schade finde. Und da gibt es mit Sicherheit eine ganze Reihe von Leuten. Oder man kann einfach auch die Leute fragen, die zum Beispiel dieses Jahr beim Vorentscheid auch schon waren. Also, ähm. Elimann Clouds, äh, Ellie Ryan, ähm, Lime, äh, gut, wohl Lime, ähm, kann man, da kann man gespaltener Meinung sein. Ich finde, ja, sie machen Entertainment, das können sie. Sie sind ja auch beim, bei der, bei der Grand Prix Party aufgetreten und so und, äh, beim Countdown. Sie machen das gut. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Aber, äh, es wäre mal was anderes. Mhm. Äh, es gibt auch andere Künstler, die sehr sehr gut sind, auch aus Deutschland. Ich glaube, man muss einfach, äh, dieses negative Bild, äh, und man muss eher diesen Contest sehen als Marketing für sich. Als, als, als Möglichkeit, als Sprungbrett und nicht nur als, ach, wenn wir verlieren, dann sind wir vorbei, sondern, äh, ich weiß, ich hatte, ich hatte vorhin noch mal kurz die ESC-Momente. Es gab mal wieder diese, diese Sendung ESC-Momente von, weiß ich was, von 1956 bis 2018. Und da hat Cliff Richard gesagt, wenn mir 400 Millionen, äh, 400 Millionen, äh, Zuschauer zuschauen, ja, wenn mir 400 Millionen, äh, Menschen zuschauen und ich eine Million Platten verkaufe, mit einer Million von denen Platten verkaufe, hab ich schon Gewinn gemacht. Mhm. So. Na gut, das war heute auch noch mal eine andere Nummer mit der, mit dem Verdienen an Geld, äh, aber ich glaube, so muss man das auch sehen. Ich bin, ich, man muss das als, als Plattform für sich sehen, dass man da auch Erfolg dadurch haben kann. Ja. Wenn man einen guten Song hat, wenn man gute Performance hat und, äh, man, auch wenn man nicht vielleicht nicht ganz so weit hochkommt, aber wenn man, wenn man, wenn man, wenn man mit seinem eigenen Auftrag zufrieden ist, was man dort abgeliefert hat, dann kann eigentlich einem nichts passieren. Mhm. Und was ich jetzt das große Problem sehe, dass die zwei Sisters dann im nächsten Jahr zum Beispiel nicht bei der Grand Prix Party auftreten. Das könnte wieder passieren, weil die dann wieder abgeschrieben werden und dann, äh, wieder so da hängen lassen, hängen gelassen werden und, ähm, das tut für, tut für, tut für mich eigentlich für die zwei Mädels eher leid. Naja, du weißt, du weißt, du weißt aber nicht, äh, du weißt aber nicht, ob das vielleicht auch dann von deren Seite dann nicht gewünscht ist, ne? Also so wie eine Levina, die dann auch nicht mehr aufgetaucht ist in diesem Bereich, ähm, dass die das vielleicht auch nicht wollte. So, das, äh, das weiß man ja nicht, ne? Man, man weiß da manchmal nicht, was hinter den Kulissen vorgefallen ist, ähm, also, äh, die Ann-Sophie hat sich da ja mal so, äh, ausgekotzt, was, äh, so, was sie da nicht so toll fand und so weiter. Das ließ natürlich auch, äh, um einiges blicken, ähm, ob man das jetzt so macht, ist die andere, äh, Sache. Das kann natürlich irgendwie halt auch immer alles so sein, ne? Also auch Lena macht ja doch auch immer einen relativ großen Bogen mittlerweile um den ESC. Also, sie ist dann zwar mal beim Vorentscheid irgendwie aufgetreten, weil man sie vielleicht nett gefragt hat und so weiter, aber sie tritt ja auch nicht mehr so beim Countdown irgendwie auf, ähm, hätte sie ja auch machen können. Also, ähm, ja, das hat wahrscheinlich manchmal, ähm, unterschiedliche Gründe, ne? Dass das irgendwie so passiert. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt? Wir müssen jetzt abwarten, was passiert. Wir haben jetzt so kein, kein einziges Statement vom NDR, was jetzt da überhaupt kommt. Mhm. Äh, ich glaub ja immer, ich glaub ja wirklich, dass es eine interne Auswahl wird und dass wir vielleicht eine, äh, eine Show haben, wo wir drei Songs auswählen können oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder sowas, ja, genau. Das kann natürlich auch sein, genau. In der Form, ähm, dann aber bitte vernünftig gemacht und nicht irgendeinen Künstler nehmen, ähm, der welche politischen Probleme hat. Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich auch, ähm, wenn das irgendwie, äh, so ein Künstler, ähm, so ein anderer Künstler gewesen wäre, der nicht so belastet wäre, dann wäre, da hatten sich ja auch Leute drüber aufgeregt, so, ja, wieso ist der schon, ich glaub auch bei einer internen Auswahl würden da auch erst mal, ähm, Leute so, äh, ich will ja da mit abstimmen und so weiter und, äh, man muss das dann, glaub ich, erst mal durchziehen und, äh, das machen und ich glaube, wenn das da damals irgendwie nicht Xavier Naidoo, sondern irgendjemand anders gewesen wäre. Wär Sarah Connor gewesen, sagen wir mal so zum Beispiel. Ja, vielleicht, genau, Sarah Connor und dann hätte man dann irgendwie aus fünf, äh, Titeln dann irgendwie ausgewählt und so weiter. Ich glaube, das hätte man dann weitergemacht und dann, äh, hätte man dieses Theater da irgendwie nicht mehr gemacht. Ich frage mich auch, warum man es nicht, äh, in irgendeiner Form machen könnte, wie es die Franzosen jetzt gemacht haben. Also, die haben ja wirklich da auch, ähm, ziemlich gute Komponisten und so weiter angeschrieben, angefragt und machen da jetzt schon im zweiten, jetzt ja dann auch, glaub ich, schon im dritten Jahr dann nachher, ähm, ähm, dieses Konzept irgendwie halt weiter, haben es jetzt auch im zweiten Jahr so ein bisschen weitergeführt. Also, es war nicht mehr so ganz, äh, ESC-trashig, fand ich also jetzt von der Show her. Ähm, und, äh, klar, das kann man natürlich immer noch weiterentwickeln, aber so, ähm, dieses, dieses Grundthema irgendwie, dass man einen schönen Song irgendwie, äh, äh, bekommt und, äh, ja, also insofern, äh, und letztendlich ist der Bilal ja, der ist ja dann auch irgendwo im Mittelfeld dann zumindest in Platz 16 gelandet, was jetzt nicht so doll ist. Vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren hätten wir auch noch gesagt, oh, wir sind nur 16. Irgendwie heute wären wir froh, wenn wir diese Platzierung irgendwie halt hätten. Aber er ist ja, glaub ich, neben, ähm, Italien, glaub ich, der beste, äh, Big Five, äh, äh, Finalist. So, und das ist natürlich auch so. Und wenn man dann so zum Beispiel den Gewinner Niederlande sich auch so anguckt irgendwie, da hat ja die Niederlande ja auch erst mal relativ lange darauf hingearbeitet. So, mit, mit der Anouk ist das dann mal aufgebrochen worden, dass sie dann andauernd aus dem, ähm, Semifinale rausfliegen. Zwischendurch war mal Tränje Osterhus, ist dann auch nicht, äh, qualifiziert im Finale. Aber selbst die hatte dann ja auch einen Song, wo man sagte, ja, das wundert mich eigentlich, dass die jetzt nicht weitergekommen ist. Aber es war jetzt nicht so scheiße. Und sie haben das kontinuierlich halt weiter, äh, gemacht. Und die sind mit, die auch mit diesem internen Verfahren sehr gut, ähm, auch gefahren. Und, ähm, manchmal glaube ich, dass man das durch einen Vorentscheid auch vieles verwässert wird. Also, äh, ich glaube, also so wie in Frankreich zum Beispiel war das halt auch so. Ich hätte da die Simone, äh, eher gesehen. Aber die war dann auch nicht so, ja, die war nicht so massenkompatibel. Und der ist dann eben halt so mit seinen ganzen YouTube-Followern, äh, die hat er mobilisiert und die haben für ihn angerufen. Und, äh... Aber auch Chimène Badi zum Beispiel, auch super. Also, da gab's viel, viel Potenzial, was man, wo man sagen könnte, ja, den können wir schicken, ja, die können wir schicken, ja, die können wir schicken. Also, da gab's viel, viel Auswahl, wo ich, wo man echt sagen kann, super cool. Also, was ich mir selber auch noch, auch noch selber jetzt so anhöre. Also, ich hab das Chimène Badi-Album das neue Mama durchgehört. Super Künstlerin, super Frau. Also, es gibt da viel. Also, das würde ich mir halt auch für Deutschland wünschen, dass man sich da, dass man da endlich mal aufbricht und endlich eine Marke etabliert. Oder, wie gesagt, diese interne Auswahl macht und dann drei Songs vorstellt von mir aus. Aber nicht so wie in Finnland, wo man einen seltsamen Künstler nimmt, sondern vernünftige Künstler oder Künstlerinnen und eine Band. Ich glaube, wir hatten noch nie, wir hatten lange Zeit keine Band. Irgendwas in der Form macht, wo man drei Songs vorstellt, die auch in einem Songwriting-Camp entstanden sind mit mehreren, mit mehreren, ähm, Künstlern, also mit mehreren Songwritern, so etwas würde ich mir wünschen. Und dann diesen, und dann vielleicht auch mit einer internationalen Jury irgendwas trotzdem zu haben. Also, das ist sozusagen 50, äh, Voting, 50, äh, internationale Jury trotzdem zu haben. Äh, fände ich jetzt gar nicht so dumm. Und dann aber auch aus, aus, aus ehemaligen, äh, ähm, Teilnehmern, äh, aus ehemaligen Jury-Mitgliedern oder so. Aber kein deutsches Mitglied, bitte. Ja? Ja, ich denke, also, äh, ich würde es halt immer tatsächlich dann von dem, äh, von dem Material, äh, abhängig machen, was dann da ist, ne? Also, sprich, äh, was sind da für Songs da, was sind da für, für Interpreten? Und, ähm, dann, äh, entweder, wie gesagt, äh, so eine interne Auswahl zu machen oder irgendwas wie ein Vorentscheid irgendwie auf die Bühne zu bringen. Also, ähm, ich glaube, da muss man sehr stark auch erst mal so am Inhaltlichen auch ein bisschen arbeiten. Das, äh, also das, was wir so tagtäglich im Format Radio hören, ähm, sollten wir nicht, ähm, zum ESC bringen. Das, äh, das wird, glaube ich, nichts bringen. Und auch nicht etwas, was, äh, nicht abgehend, also, der, 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 der Schweizer, der deutsche Song ist ja eigentlich im, im Schweizer System gewesen, in dieser Rotation, in diesem Panel, also, auch wurde ja auch bewertet, dieser Song. Mhm. Und ist dann, äh, dort nicht genommen worden. Also, sozusagen, ein Abfallprodukt. Ich sag es jetzt mal catcherisch, ein Abfallprodukt aus dem schweizerischen Vorentscheid, also den internen Vorentscheid. Und den haben wir dann genommen. Und es gibt ja wohl noch einen Song, der, der wohl, äh, in der Schublade liegt, der, ähm, der auch irgendwie genommen werden soll, äh, irgendwie mal. Aber die finden dafür keine Sänger. Also, das ist alles so, das find ich nicht gut. Ich find das nicht gut, dass man ... Ja, wobei, wobei ich da manchmal, ähm, auch so denke, ich, mich würde mal interessieren, wer dann tatsächlich auch so solche Nachrichten lanciert, ne? Also, es mag ja so sein, dass das irgendwie, äh, vielleicht beim Schweizer Panel irgendwie durchgefallen ist. Und das, äh, wird dann so hingestellt, so wie Rudi Resterampe irgendwie. Und wir haben's jetzt genommen. Ja. Also, weiß ich auch manchmal nicht. Es haben ja auch andere Kräfte vielleicht dann auch ein Interesse daran, dass, äh, Deutschland auch beim ESC schwach bleibt. Und, äh, vielleicht ist das dann auch irgendwie manchmal so eine, finde, die da irgendwie so ist. Ich meine, es werden ja, äh, im, im ganzen ESC-Universum werden kreuz und quer Songs irgendwo angeboten bei den Sendern. Und, äh, das haben wir ja auch schon öfter mal so, so, äh, gehört und mitgekriegt. Aus Armenien zum Beispiel. Ja, also, das wird's in, in allen Ländern geben. Und dann, äh, dann, da ist ein Komponist und der, der sendet seine, seine Songs bei allen, äh, 41 oder 42 Sendern irgendwie, ähm, und, sagt, hier, hab ich was für euch und so weiter. Und, äh, also, das, ähm, das weiß ich manchmal auch nicht, ob das irgendwie so ist. Und, und dieses so, ja, wir haben ja noch einen Song in der, in der Schublade. Mittlerweile, äh, wäre ich, würde ich lieber erst mal so die Taten folgen lassen als, äh, die Sprüche, die dann irgendwie halt, äh, vom deutschen Fernsehen irgendwie halt kommen. Also, da, äh, bin ich mittlerweile ja auch, äh, nicht mehr so gläubig und nehme das so hin. Obwohl, Arcade zum Beispiel, Arcade zum Beispiel ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Die hatte das aber vor drei, vier Jahren oder fünf Jahren auch schon mal irgendwo aufget, äh, ist damit aufgetreten mit dem Lied. Mhm. Ähm, obwohl das halt, der Karl hat halt kaum jemand gesehen. Ähm, deswegen ist es ja auch nicht, ähm, disqualifiziert worden, weil irgendwie nur 500 Leute das gesehen haben, das YouTube-Video. Ja, ich glaube, das, äh, das ist wohl so, das sind so, 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 schwimmende Grenzen. Ähm, wenn da so ein YouTube-Video ist, so mit, mit 50 Aufrufen, dann ist es wohl noch nicht veröffentlicht, ne? So, aber dann, wenn du da, oder womöglich ist das dann schon bei Spotify mal aufgefallen, dann, äh, dann kannst du es natürlich nicht mehr machen. Aber, ähm, ja, also, ja, man muss ja jetzt abwarten. Also, man kann ja jetzt gar nicht, man kann ja jetzt gar nicht so, hm, und jetzt müssen die aber ganz schnell und so weiter. Ich glaube, die, äh, ich würde jetzt diese Woche mit Sicherheit schon die eine oder andere Krisensitzung irgendwie, äh, gelaufen sein. Was ist denn da schief gelaufen? Also, ähm, ja, keine Ahnung. Also, wir werden ja im, ich glaube, im Juli oder so kriegen wir ja einen neuen Head of Delegation, ähm, äh, der Christoph Pelander geht, glaube ich, zum MDR, glaube ich, ne? Irgendwie. Genau. Und, äh, da wird es ja jemand Neuen geben, der sich dann, äh, sozusagen, also, das ist ja so, so eine Art Sprecherfunktion in der Delegation, aber der sich eben auch so zwischen EBU und NDR und, und das, was da so künstlerisch irgendwie so passiert und so weiter sich darum kümmert. Das, ähm, das hat jedes Land sozusagen irgendwie, äh, jemanden, der so einer Delegation irgendwie halt vorsteht. Und da gibt es jetzt halt auch wieder einen Wechsel. Ich glaube auch, das ist ja jetzt nur sein zweiter ESC irgendwie gewesen. Genau. Und jetzt, äh, geht er da eben halt dann auch wieder. Und das ist, ähm, ja, vielleicht, ähm, kommt da jemand, irgendeine junge Frau vielleicht mit, äh, mit ganz, ganz neuen Ideen und, äh, äh, und vielleicht auch noch weitaus jünger und, äh, die sich da vielleicht dann auch, ähm, die ganz andere Kontakte oder ganz andere Vorstellungen vielleicht auch, äh, mitbringen kann. Und dann werden wir mal sehen, was da, was da so über, was, was da so kommt, ne? Also, ähm, ja, haben wir wohl so. Ja, wir dürfen gespannt sein, ne? Haben wir wohl so alles schön gerantet jetzt wieder. Aber, ähm, das muss ja dann auch mal sein. Ja, wir können ja einfach noch mal so die Sachen durchgehen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, von unten nach oben. Äh, zum Beispiel Spanien. Ja, oder den, den Gastgeber können wir ja vorher noch mal. Ja, die Israelis, ja. Ich sag mal so, der hat, ähm, besser gesungen als erwartet. Ja, der Song war auch noch mal ein bisschen neu gemacht worden, ne? Ja. Der, der Anfang ist ein bisschen moderner, geht ein bisschen mehr nach vorne. Er hat eine gute Stimme. Also, das muss man schon sagen, aber es ist halt, es ist und bleibt ein schmalziger Song, ne? Ja, 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 ja. Also, das war eher der Fred Mercury für Arme, ähm. Sehr nah am Wasser gebaut, ne? Ja, sehr am Wasser gebaut. Er hat ja immer geheult. Gut, ist ja auch, ist ja auch sympathisch. Er hat auch, glaube ich, da war ich jetzt nicht, aber ich hab's gehört, dass er wohl in, in der Pressekonferenz wohl auch das ein oder andere Mal noch geheult hat, so Verrührung und, ähm, ja, gut, er ist vielleicht dann sehr emotional. Ich glaube, die Israelis wollten auch nicht noch mal gewinnen, deswegen, ähm, ja? Ja, aber er ist, äh, also wirklich bejubelt worden. Es war noch so witzig, als ich dann, äh, mit dem, mit dem Shuttle, äh, Richtung Halle zum Finale fuhr. Da waren dann, ähm, es gibt doch immer so, so, so Parkanzeigen irgendwie, wo dann so steht, so, äh, drei, drei Parkplätze sind da noch frei und da waren dann so irgendwie so drei Zeilen und dann steht dann so, good luck, äh, Kobi irgendwie, ne? Also, das war dann überall, also war das, ja klar, und, 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 der hatte natürlich Heimvorteil und die haben ihn auch gefeiert und, äh, das ist natürlich, äh, ist auch so richtig und, äh, ich finde ja eigentlich, das muss, kann ich ja auch mal eben so einschieben, er hat da nämlich auch null Punkte von den Juries gekriegt und, äh, ich finde das ja eigentlich immer ein bisschen scheiße. In ganz, ganz früheren Jahren haben die Juries das eigentlich immer so gemacht, dass der Gastgeber immer von vornherein einen Punkt gekriegt hat. Ja. Und das sollten die Juries, äh, finde ich auch mal wieder einführen, dass man dem Gastgeber auch ein bisschen, äh, ja, dann hätte er 41 Punkte und, äh, das würde den Kohl dann irgendwie auch nicht fett machen. Also, da muss er dann irgendwie auch noch, äh, viele Punkte bei, bei, beim Publikum gewinnen und ich finde das, äh, also es ist mir auch zum Beispiel in Österreich, in, äh, als das 2015 da stattfand, da haben ja die, ähm, wie hießen die, Madmix oder so, glaube ich, irgendwie, ähm, die kriegten da null Punkte und da habe ich auch so gedacht, so, als Jury könnte man auch gerne mal einen Punkt für den Gastgeber geben. Also, das, da bricht man sich, glaube ich, auch, auch nichts ab. Also, verstehe ich nicht. Naja, Spanien war auch, diesmal, sag ich mal, unter aller Kanone, ähm, das riesige Ikea-Regal, äh, auf der, auf der Bühne. Also, es war irgendwie, äh, nichts Halbes und nichts Ganzes und die Italiener, äh, die Italiener, die Spanier wollen ja an ihrem Vorenscheid, äh, festhalten jetzt an an ihre Art, äh, Fame-Academy mit einer Art Big Brother in der Musik, wo man dann halt auch so ein, äh, Haus, so ein Band, so ein Musikerhaus hat und so weiter und, ähm, es ist irgendwie, ja, also, es war unter aller Kanone, ähm, Weißrussland ist auch Platz 24 geworden, ist auch nicht besser, auch nicht besser, ähm, Griechenland, ähm, naja, Micky, was sagst du, Micky, eigentlich, hast du, ähm, was auch erwartet, dass es nicht so gut, äh, nicht so gut anguckt, obwohl die Halle ja ausgerasselt ist bei Ihnen? Ja, weil es natürlich der einzige oder einer der wenigen Songs ist, die wirklich so ein bisschen, äh, Stimmung machen und die haben ja auch tatsächlich die ganze Bühne bespielt, also es geht ja da in diesem Ikea-Regal geht das los und, äh, dann, äh, tanzt da mit den, mit den, äh, Tänzern da auf der Bühne, die laufen dann da die Laufstege auch längs und so weiter. Witzig ist das dann so bei der, bei der, ähm, bei der Probe, ne, wenn sie dann so da rüberlaufen und dann so tun, als wenn ein Publikum da wäre und ja und klatsch jetzt alle und so, also das ist natürlich dann, wenn Publikum da ist, dann natürlich auch sehr viel echter, ähm, ja, also, ja, aber man, man wippt schon irgendwie mit, also, ähm, ich find's jetzt auch nicht so doll, also, äh, das, das ist halt so, aber das ist eben halt auch das, was aus Spanien so generell so kommt und, ähm, das finden die halt gut, ne, also. Ich hab aber eins nicht verstanden bei der Performance, warum hat der eine GoPro da gehabt? Eine was? Eine GoPro, also so eine Actioncam hatte der dann auch einfach vor dem Bauch. Ja, stimmt, das hab ich auch nicht so ganz, ähm, was hat das zu bedeuten? Also, äh, ich weiß gar nicht. Also, weil die wurde ja auch nicht eingesetzt oder so, ne? Ja, weil sie wohl, weil sie wohl im Hintergrund, äh, hatten sie so einen Kreis, wo man dann, äh, wo so die Kamera ins Publikum geschwenkt ist und wahrscheinlich sollte das so aussehen, als würde er das jetzt mit dieser, mit dieser Cam jetzt gerade machen oder so. Das hat irgendwie nicht gewirkt. Ja, ich hab, ich hab auch erst gedacht so, ja, welch, wo, was, wo kommen diese Bilder denn jetzt irgendwie halt her? Also, da war ein bisschen eh viel. Da war ja dann auch so eine, so eine, so eine Prozessionsfigur, die wohl irgendwie bei irgendeinem Feiertag, glaube ich, in Spanien angezündet wird irgendwie. Die stand ja da auch noch so an der Seite. Also, sie haben alles reingebracht, ne? Also, äh, ist dann halt so, äh, ja, also. Wenn man eine Piñata gefehlt, dann hätten wir alles. Tut jetzt nicht weh, aber, äh, war jetzt auch nicht der große Wurf, würde ich, äh, tatsächlich. Ja, Griechenland, ja, Griechenland, Platz 21, da haben wir ja auch schon drüber geredet, über die gute Dame mit der Stimme und so weiter. Also, da brauchen wir ordentlich drüber reden. Estland haben wir auch schon, äh, sehr, sehr, Platz 20, sehr, sehr eingibig diskutiert. Äh, San Marino auch schon, äh, Serbien auch schon, ähm, Albanien. Mhm. Ähm, die, ähm, ja, das Lied, diese Kreisch, die Kreisch, die war die, mit der ich nichts anfangen konnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber, äh, die Frau war jetzt nicht für mich so wirklich das. Ja, also, mir hat's, mir hat's schon gefallen, äh, zumal die, ähm, die, die konnte auch singen. Man müsste diskutieren, ob, äh, ob sie da auch unbedingt noch das Feuer und so weiter haben müsste, weil ich glaube, das hat die gute Frau eigentlich gar nicht nötig. Ähm, ich hab damals ja diesen, ähm, Festivali Konges ja auch gesehen, in dieses, äh, das ist so, so Sanremo-mäßig da in Albanien, findet immer kurz oder, ja, ganz kurz vor Weihnachten oder manchmal auch danach irgendwie statt. Äh, ist auch so mit, ich glaube, einer Vorrunde und dann so im Final. Die machen's richtig auch so mit Orchester und so weiter und, äh, da hat mir das auch schon sehr gut gefallen und, äh, das ist natürlich, äh, so ein, so ein, ähm, ESC-Beitrag, so, ähm, wirklich auch, wo man, wo man die Herkunft, ähm, auch, äh, auch nachvollziehen kann. Also kein, auch in diesem Jahr, das muss man ja auch mal sagen, Albanien hat sich dieses Jahr nicht angebiedert und hat es auf Englisch gesungen. Also, das fand ich schon mal, äh, sehr gut. Die anderen, äh, Künstler sind ja doch immer dann umgefallen und haben's dann auf, ähm, ich war, äh, ich war sehr positiv überrascht, dass sie tatsächlich ins Finale gekommen ist. Ich hätte auch erst gedacht, äh, Albanien, äh, hat es bestimmt sehr schwer, weil das finden irgendwie, das war so ein bisschen das Gegenteil von Portugal, wo ich so dachte, naja, das, äh, da werden schon auch viele Leute für anrufen und so weiter. Da hab ich so eher gedacht, na, da ist so ein bisschen in Albanien zu sehr vielleicht verkopft, zu sehr auf Künstlerisch und so. Aber es hat den Leuten scheinbar gefallen. Also, es ist so fast 50-50, ähm, abgestimmt worden bei den Juries und bei, beim, ähm, Publikum. Also, hat 90 Punkte gekriegt und 17. Also, ich finde, Albaniens Beiträge sind sowieso immer besser als ihr Ruf. Also, ähm, da kommen ganz viele Beiträge oft, äh, nicht weiter, wo ich so denke, ey, Leute, das müsst ihr doch irgendwie locker da mal für anrufen. Aber das, ähm, ja, hat mir, also, mir hat's gefallen. Also, fand ich gut. Ja, der Franzose hat, äh, der Bilal hat ja auch eine andere Version gehabt als auf dem CD zum Beispiel, ähm, die immer ein bisschen anders aufgebaut war und er hatte auch eine etwas beleidigere, äh, beleidigere Tänzerin auf der Bühne, die so ein bisschen auch das, ähm, das, die Alternative sozusagen zeigen soll, dass man halt auch, wenn man etwas mehr hat auf der, auf, auf der Hüfte, sag ich mal so, ähm, auch durchaus auch tanzen kann und auch tanzen soll. Also, es, äh, war schon nicht schlecht gemacht, Platz 16 dafür. Also, es, ähm, durchaus, äh, gute Platzierung für die, äh, Franzosen. Also, ja, wobei man muss ja sagen, das haben ja die beiden von Madame Monsieur, haben das ja geschrieben und getextet. Und, ähm, die schaffen's scheinbar auch immer nur so im Mittelfeld, ne? Im letzten Jahr haben wir so gedacht, Madame Monsieur, oh, die sind ja locker Platz höher, glaube ich, ne? Top 5 oder so, ja, ja, ich glaube 15, irgendwie so in dem Bereich. Und, ähm, ja, scheint aber auch nicht so zu klappen mit, äh, höheren Platzierungen, ne? Also, das, äh, ist dann. Über Slowenien haben wir ja auch schon geredet, ähm, Platz 15, äh, Platz 14 hatten wir Malta, da hatten wir auch ganz kurz drüber gesprochen, die mit ihrer sehr, sehr interessanten Performance, mit ihren Einblendungen und ihren Projektionen und so weiter. Ähm, ja. Ich hab eigentlich, ich hab sie eigentlich schlechter bewertet, ich hab ja eigentlich gedacht, dass sie nicht so, äh, da sie auch stimmlich nicht so ganz drauf war, sie hatte immer so ein paar Probleme, einmal war sie im Semifinale schlecht, dann war sie im Finale mal besser, also das hatte sie so auch ein, ne? Ja, das war auch in den Proben, also, dass man so dachte, oh, haue, haue, haue. Aber, ähm, sie hat da wohl tatsächlich ein bisschen mehr Sicherheit auf der Bühne, ähm, ähm, bekommen können. Und, ähm, ja, die hatten ja eben halt auch so einen etwas aufwendigeren Bau, das war so, das waren so zwei, äh, Wände über Eck und die wurden dann eben halt bespielt und da gab's wohl auch diverse Probleme, äh, dass dann diese Wände mal auseinandergingen, äh, während der Performance und so. Da hat dann nachher so ein Bühnenmitarbeiter so selber, ähm, Hand angelegt und es während des Auftritts da zugehalten, damit da nichts passiert. Und, ähm, ja, also, die haben ja letztes Jahr auch so einen, so einen, äh, bespielten LED-Kasten irgendwie gehabt, also Malta, ähm, nimmt da auch, glaube ich, immer relativ viel Geld an die Hand, ähm, so für die Präsentation, ist ja auch in Ordnung, ähm, ja, das war der gefilmte Otto-Katalog, ne? Und das wieder auf die Bühne gebracht, ne? Also, das war schon schön. Stimmt, stimmt so ein bisschen. Zypern, ähm, Tamta, mein Replay hat dann Platz 13 gemacht, ähm, durchaus auch okay. Hätte ich gedacht, dass sie, dass sie weiter nach oben kommt, also, ähm, äh, 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 ich hätte, ich hätte auch gedacht, sie, sie, die wäre, die würde erster in ihrem, in ihrem Semifinale werden, war sie dann irgendwie auch nicht. Ähm, ähm, und wie gesagt, war auch stimmlich nicht ganz so, ähm, hundertprozentig. Also, ähm, da man ja den Vergleich immer so ein bisschen mit Eleni jetzt gemacht hat, weil es ja auch so eine ähnliche Nummer war und so weiter, ähm, ist das wirklich, ähm, also der Song ist tatsächlich, ähm, ein bisschen besser als, ähm, Elenis Fuego, muss ich sagen. Andererseits, äh, ist der Auftritt von Eleni einfach letztes Jahr besser gewesen, so dieses so mit dem Haarschütteln und so weiter und, äh, da war dann Tamta zu sehr mit ihren, äh, äh, Schritten und so weiter beschäftigt und das sah nicht so organisch aus, so ein, so ein, auch wenn es nicht ganz einfach ist, aber so ein Tanz muss ja im Grunde immer so aussehen, als wenn dir das gerade so eingefallen ist und das war so ein bisschen, naja. Dänemark, es hat mich gefreut, dass, äh, die gute Leonora ins Finale gekommen ist und Platz zwölf, ähm, ähm, Jury und, äh, Jury und Publikum werken ähnlich, nicht ganz hundertprozentig genau, aber, äh, ich find, ähm, eine süße Performance gewesen, die sich durchaus, ähm, diesen Platz, die ich dann zum Platz gönne, also, ähm, ähm, oder, ja, kann man so sagen. Also letztendlich alles richtig gemacht, ähm, auch nicht so wahnsinnig viel noch irgendwie dran rumgedoktert, eigentlich fast den Auftritt vom, vom dänischen Vorentscheid übernommen, äh, in ihrem Text sind eben halt dann auch nochmal so ein paar französische, dänische, deutsche und englische Passagen irgendwie, äh, Englischer sowieso, äh, Passagen drin, so, dass man so auch ein bisschen noch ein paar Punkte darüber abholt. Also, und es, ja, war, das war halt auch mal so ein bisschen so ein Gute-Laune-Song, weil, äh, viele Auftritte waren ja sehr dunkel, ne, und da war das mal so mit Wolken und blauer Himmel und so weiter, das ist eigentlich auch mal ganz schön, also, ähm, ich glaube, das hat sie auch so ein bisschen gerettet, also, ähm, das ist natürlich irgendwie auch eine schöne Geschichte. Für Lake Malawi aus Tschechien hat's mich ein bisschen gewohnt, nur sieben Punkte von den Zuschauern. Das hat mich total irritiert, weil eigentlich ist das doch ein Song, der, den, den, da man als so als, als Hörer, auch alternativer Hörer, seine Indie-Pop-Band, äh, eigentlich gut findet. Also, ich fand den auch den Auftritt gut, das hatte auch mehr, hatte auch mehr, ich sag mal, sowas von, von Konzerten, als die dann dort aufgetreten sind. das fand ich cool, irgendwie das war cool, Platz 11 ist eine gute Platzierung für die Jungs, aber es hat mich ein bisschen gewundert, dass sie so wenig Punkte von den Zuschauern bekommen haben Ja, das ist manchmal wahrscheinlich so, ne, also da kommt's vielleicht so ein bisschen immer dann, dass man selber dann auch in so einer Bubble ist und man kennt diesen Song schon seit ein paar Monaten kann ihn gut mitsummen und denkt dann so, ja, das muss denen ja gefallen und da gucken dann Leute unvoreingenommen hin und sagen, naja gut, ja, das hab ich aber auch schon ein paar Mal gehört, also ich hätt's eher eigentlich hätt ich eher gesagt, ja, das ist irgendwie eher umgekehrt, ne, dass das so bei der Jury nicht so gut ankommt und beim Publikum dann eher aber, naja, nun ist das ja dann so, ne das ist halt dann Island Platz 10 ich hätte die eigentlich ein bisschen eher höher gewettet, ehrlich gesagt ähm, aber äh, sie haben mit mit, 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 mit pro, ähm, ja mit Sachen projiziert, ähm, provoziert die, äh, ja, durchaus Platz 10, äh Platzierung dafür gereicht haben, also hätte ich auch nicht so erwartet oder hätte ich jetzt die Höhe, bisschen höher erwartet, aber das war schon, äh, Kontrastprogramm, was die Jungs dort gemacht haben ja, auch gerade, wenn man so, wenn man so den, den, ähm, ähm, wenn man so überhaupt mal die Beiträge von Island so mal Revue passieren lässt, so über Pöller Pöng und, äh, und ein, äh, eine im Engelskleid, äh, Maria Olofs irgendwie so, ha, und so, so schwedisch angehaucht und dann kommt jetzt hier, äh, Hattari, äh, so mit ganz harten Klängen und hartem Gesang, also, ähm, äh, die probieren auch immer gerne was aus, also, das macht an, bei Island eigentlich immer besonders viel Spaß, ähm, sie haben jetzt ein bisschen Ärger an der Hacke, weil sie da eben halt so für Frieden in Palästina und, äh, Israel irgendwie, ähm, irgendwelche Plakate oder so hochgehalten haben im, im Greenroom, das wird wohl nochmal, äh, in der Referenz Group nochmal so, äh, nochmal eine Diskussion irgendwie sein, sie haben es jetzt ja angekündigt, dass sie es machen wollen, ähm, wenn sie jetzt gewonnen hätten, äh, bin ich mal gespannt, ob sie dann mit Netanjahu wirklich einen Ringkampf gemacht hätten, also, insofern, ähm, aber ich glaube, da kriegt ja der eine irgendwie ein bisschen Probleme, weil sein Vater ist ja irgendwie, äh, Botschafter in London, glaube ich, für Island und, ähm, ich glaube, ähm, das wäre, glaube ich, auch nicht so angebracht. Naja, gut, äh, die Ankündigung war ja da und nun muss man mal sehen, was, was daraus wird, ob da Island irgendeine Strafe irgendwie halt, äh, bezahlen muss oder irgendwas in der Richtung, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich so ein bisschen dann hinter den Kulissen ausgebügelt und dann ist, glaube ich, auch wieder gut, ne? Also, das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wie jetzt, äh, damals, ähm, dass die, äh, armenische Delegation im Greenroom da so eine Fahne von, äh, Bergkarabach da irgendwie hochgehalten hat, das ist dann schon, glaube ich, noch ein bisschen anderes Kaliber, ne? Ja. Aber sie haben einen guten Auftritt gemacht, also mir hat's, mir hat's, mir hat's irgendwie Spaß gemacht. Australiern, Kate Mille-Heidke, ähm, hat, ich hätte sie sogar noch ein bisschen höher gewettet, weil, ähm, weil sie eine richtig, richtig, richtig stimmige Performance hat, ich glaube, die stimmigste Performance überhaupt, ähm, weil es irgendwie noch nie dagewesen, äh, war und ich hab, wir haben auch gar nicht damit, wir beide zwei haben auch nicht gerechnet, dass sie überhaupt ins Finale kommt, oder? Nicht so wirklich? Na doch, das hat, ja, das, ja, das hab ich, das hab ich schon irgendwie geahnt, im Finale, ähm, weil, kurz vor dem Finale hieß es ja sogar, uh, die könnte sogar gewinnen und wo wird's denn dann nächstes Jahr stattfinden? Also diese Diskussionen gingen ja auch schon irgendwie halt los, ähm, und, äh, ja, insofern ist es ein bisschen, ist die Platzierung für Australien, glaube ich, ein bisschen enttäuschend, weil, also in den Wetten waren sie dann, glaube ich, schon auf Platz zwei, glaube ich, in der Spitze, also hätte es sich eigentlich eher so im, äh, Top-Five-Bereich irgendwie, ähm, abspielen müssen, aber es hat wohl von den Punkten her nicht, nicht gereicht, also man kann jetzt nicht auch wirklich sagen, also gut, beim Publikum hat sie ein bisschen weniger bekommen, aber sonst liegen sie so ungefähr bei 150 bis 130, äh, Punkte, also, ähm, das hat dann wohl irgendwie auch nicht so, so ganz gereicht, aber mich hat's, äh, tatsächlich hingerissen, weil man muss, glaube ich, auch mal sagen, ich glaube, das ist schon auch, ähm, eine ziemliche Herausforderung für einen Sänger, ähm, einmal dieses, äh, hin und her wippen und dabei dann irgendwie noch, ähm, ja, fast so Opern-Arien da irgendwie, die Töne zu treffen, also ich glaube, ähm, das ist nicht so ohne und, ähm, sie hat sich das wohl auch, äh, wirklich in, in einem Eiltempo, glaube ich, äh, drauf geschafft, äh, sich auf diesem, auf dieser Stange da irgendwie zu bewegen und was ich an diesem Auftritt schön finde, ganz am Anfang, also man kommt erst mal gar nicht auf die, also am Anfang, finde ich, sieht's ja ein bisschen wie Muppet Show aus, ne? Also, es ist so, man denkt so. Ja, stimmt, eher so wie, wie, äh, die Galactica von Hallo Spencer. Ja, aber es sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie Muppet Show, da sind dann so drei Puppenspieler, die dann, die drei Mädels da so, so lalala und dann so, ähm, man sieht vielleicht so ein bisschen auch dann so diese Stange, denkt man so, ach ja, das ist vom Puppenspieler oder so. Ja, ja. Und, ähm, ja, aber es ist jetzt nicht, also es ist auf jeden Fall nicht trashig und albern, sondern es ist wirklich eine, eine, eine sehr coole, schöne, äh, Performance. Genau. Und sie hat es ja, ähm, sie hat es ja wirklich gut weiterentwickelt. Erst hatte sie ja dieses riesige Kleid, wo ja alle sagten, ah, das ist Island, äh, Estland 2018 und, und so weiter. Und dann hieß es ja, nein, wir machen was ganz anderes, wo ich dann erst so dachte, naja, gut, aber du bist ja eigentlich jetzt für diese, für diese Performance mit dieser, äh, mit dieser Tänzerin, die hinten dann irgendwie immer über dich schwebt und so weiter. Was jetzt hat sie dann selber sozusagen sich auf diese Stange irgendwie gesetzt und mit zwei Tänzern das zusammen gemacht. Da ist ja auch eine Choreografie noch da, noch dabei, damit sie eben halt nicht zusammenstoßen, weil sie wippen ja oft sehr kreuz und quer, aber da steckt auch, glaube ich, äh, eine Choreografie dahinter. Natürlich muss das. Nicht, damit sie, damit sie eben halt nicht zusammen und dann noch dabei zu singen. Also da muss ich schon sagen, toi, 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 das, äh, also meine Hochachtung, nicht toi, 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 aber meine Hochachtung, dass das wirklich, ähm, dass das wirklich so gut geklappt hat. Also, ähm, und man muss wirklich sagen, also auch für die nächsten Jahre Australien muss man nach wie vor auf dem Zettel haben, auch in den ganz hohen Bereichen. Also, ich glaube auch durch die Vorentscheidung jetzt, die sie jetzt wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nochmal machen werden, glaube ich, ähm, wird da, werden da gute Beiträge dabei, immer noch gute Beiträge dabei, fand ich auch in der, bei der, bei der österreichischen, äh, bei der wirklich, genau, wo ich dir auch recht gebe, wir müssen die auf dem Zettel haben, auf Dauer, dass sie auch mal gewinnen werden, so ähnlich, ist ja eh das ähnlich wie bei den Niederländern, dass die auch irgendwann mal jetzt in den Punkten haben, ab, wir gewinnen dann irgendwann mal, ne? Also das, ähm, glaube ich auch. Ja. Aserbaidschan, ähm, der Gengis mit Fru, ähm, der hat auch ganz gut abgeliefert, hatte eine, hatte einen Roboter, der, der so einen Laser, so eine Art Herzlaser sozusagen gezeigt hat. Schöne Performance, ähm, guter Sänger, ich fand er gut gesungen, äh, sehr moderner Song, ähm, Platz 8, ich weiß nicht, was man dazu noch so Negatives sagen soll, eigentlich nichts, ne? Ja, also das mit den Robotern, mir ist es ein bisschen zu viel, also ich finde den, ich finde den Song klasse, der, 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 ähm, der macht mir Spaß und, ähm, er singt letztendlich dann auch, wie wir es dann, äh, von der Studioversion irgendwie auch kennen, ähm, aber für mich hätt's jetzt diese, diese Arbeitsroboter, die da praktisch sein, sein, ähm, Herz da Lasern, ähm, nicht unbedingt gebraucht, insofern, das fand ich ein bisschen, äh, too much, also, ähm, insofern, ähm, ja, also das. Tja, und dann zu einem Land, das ja früher anders hieß, und zwar Nordmazedonien, äh, und die Platz 7 gemacht haben, ihre beste Platzierung bisher überhaupt, und die haben das Jury-Voting gewonnen, ja. Das, äh, da waren wir alle überrascht, ich glaub, da hat niemand mit gerechnet, dass das, dass Nordmazedonien so weit nach oben landet, und hat nur 58 Punkte von den Zuschauern bekommen, ähm, und, äh, ja, also, es ist irgendwie, also, die hat super gesungen, die Frau, also, das kann man auch lassen, aber der Song selber hat mich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht ganz so toll, also. Ja, der hat so was, äh, der hat so was, so, so jessiges, ähm, und, ja, ist natürlich wieder so eine Nummer, wo, ähm, wo jetzt nicht so die Effekte irgendwie halt auch eine Rolle spielen, sondern tatsächlich die Person, und, ähm, irgendwie hätte ich es schon geil gefunden, wenn die gewonnen hätte, also, ähm, weil, wie du schon sagst, wir haben sie alle nicht auf dem Zettel gehabt, also, ähm, ich glaube, im Vorfeld hätten, haben wir ja auch gesagt, na, die kommt noch nicht mal ins Finale, kommt nicht weiter, genau, so, und, ähm, müsste man, glaube ich, mal gucken, ich glaube, die hat auch das, ähm, das Semi, glaube ich, ja, da hat sie Zweiter gemacht, das zweite Semifinale noch, also Vordanken, und, ähm, also, da, äh, da hat das irgendwie, ähm, die, die Juries, ja, das war halt, glaube ich, auch, ähm, das war auch, glaube ich, künstlerisch war das auch, glaube ich, eine, wirklich gut gemacht, und das hat wahrscheinlich die Jury Juries dann auch, ähm, dann auch überzeugt, und, ähm, ja. Tja, und dann ein Land, das uns auch überrascht hat, finde ich, Mmh. Norwegen mit Kano, Spirit in the Sky hat das Zuschauervoting gewonnen mit 291 Punkten, also das direkte Gegenteil, und damit hätte ich niemals gerechnet, dass das so eine 90er, fast, was, so eine Europop-Geschichte so gut bei den Zuschauern ankommt, also, Respekt an Norwegen, also, das, ähm, haben die gut gemacht, ähm, gut ausgewählt im Vordenscheid, ähm, und, ja, also, die haben auch, ich muss mal zusagen, die haben sich auch in den ganzen, in ganzen, äh, auch in den Proben, die man ja so gesehen hatte, auch auf YouTube und so, haben sich immer gesteigert, ne, in jeder Probe, und auch der, ähm, und auch der gute, äh, Fred Bulio, also der, äh, heißt der so, Fred Bulio, glaube ich, der, 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 der Same, der auch dort im Parlament sitzt, äh, für die Samen, ähm, hat es dann auch stimmlich besser hinbekommen. Mhm. Tja. Ja, also, ähm, ich hab's, ich war auch in der Halle, als der zweite Probendurchlauf irgendwie halt war, und, ähm, da hatte ich dann hinterher auch gleich getwittert, also, ähm, jetzt hab ich ihn ja schön gehört. Also, vorher hat mich Norwegen tatsächlich irgendwie eher kalt gelassen, hab ich so gedacht, ja, gut, 90er Jahre, äh, wenn der Joik-Sänger da auch nicht dabei gewesen wäre, wäre das auch abgeschmiert, so war's, glaube ich, eine gute Mischung, man hat noch irgendwie erkannt, wo es herkam, und das war vielleicht auch so ein bisschen Melancholie, so nochmal back to the 90s irgendwie, und, und, ähm, insofern, ähm, die haben gut harmoniert, und, ähm, ja, und super. Also, nachdem sie tatsächlich, äh, auch, äh, glaube ich, auch sich beschwert haben, dass die, äh, dass die Sachen auch in den Proben nicht umgesetzt wurden, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben, was da jetzt genau war, weiß ich jetzt nicht. Aber, äh, dass es dann doch irgendwie letztendlich so gut gelaufen ist, ähm, das muss ich sagen, ja, vielleicht haben sie bei den, äh, bei den Juries auch so wenig Punkte gekriegt, weil es ja einen Hinweis gab von Jan-Ola Sand, sie sollen bitte nur den Gesang und den Song irgendwie bewerten, weil es wohl einige Probleme gab mit den, ähm, Darstellungen. Vielleicht haben dann die Juries gesagt, ja, gut, also, äh, wenn, wenn ich, wenn ich danach gehe, dann finde ich den Song nicht so toll, und, äh, dann gebe ich vielleicht auch nicht so viele Punkte, und, äh, das hat der Zuschauer natürlich irgendwie anders gemacht, ne, also, insofern, ähm, ja, wobei ich den Hinweis trotzdem doof finde, ne, dass man dann sagt, also, achtet da nicht auf den Auftritt, also, ähm, im Grunde genommen, äh, ja, wozu macht man das dann noch, ne? Dann könnte man ja, dann könnte man es ja auch im Radio übertragen, also, dann ist es einem ja auch egal, also, ganz ehrlich. Tja, Schweden, ist wie immer Schweden, hat 241 Punkte mit der Jury gemacht, aber Televote nur 93 Punkte. Also, nicht ganz so schlecht wie letztes Mal, aber es hat, es hat, irgendwie ist das für mich ein Hinweis, dass Schweden ein großes Problem hat. Ein großes, ein großes Zuschauerproblem, weil es ist, äh, Schweden ist sehr, sehr beliebig geworden, also, beliebiger als sonst, also, es ist irgendwie erwartbarer, was sie dort liefern, aber es ist, ja, klar, wenn sie, äh, wenn es die Juries nicht geben würde, dann sind sie gearscht, ne? Also, ja, dann wären sie, dann wären sie nicht gut platziert, dann wären sie vielleicht, weiß ich nicht, also nicht, äh, wenn man nach den Zuschauern geht, dann wäre, wo ist das Schweden? Schweden wäre auf Platz, äh, wie jetzt? Achso, jedenfalls weiter hinten. Achso, das macht er ja dann nicht nach den, ja, muss man dann so rummachen, dann ist das, was ist das dann? Hast du gezählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Achterplatz. Ja. Achterplatz, wer ist? Ach, nee, bei der. Nur nach Zuschauern. Ja, ja, nur nach Zuschauern, ja, genau. Achterplatz, mhm, also auch nicht besonders geil, für Schweden aber immer noch gut, also, äh, da kann man sich jetzt, da kann man jetzt auch meckern, aber, äh, ich finde, Schweden hat ein großes Musikproblem, ähm, und das müssten sie erstmal wieder irgendwie hinkriegen, dass sie das, ähm, ne? Hm, wie auch immer sie das hinkriegen, aber sie müssen irgendwas im Melodiefestivalen verändern, irgendwie auch alternativer werden, glaube ich. Ja. Sie müssen mehr auch diese, weil viele schwedische, äh, schwedische Künstler kommen da gar nicht vor. Es gibt so eine tolle Musikszene in Schweden, die nicht, nicht repräsentiert, äh, wird in diesem Vorentscheid. Leider, muss ich sagen, leider. Also, das ist ein bisschen schade, also, das, das fehlt mir auch so ein bisschen, dieses Alternative, es gibt so viele tolle Sachen dort und das findet da nicht statt. Ja. Aber immerhin Platz 5, ne, in den Top 5, ne? Immerhin Platz 5. Das ist halt dann irgendwie, ja, und die Schweiz hat ja dann auch endlich mal, ist da zumindest dieses Jahr mal der Knoten geplatzt und, äh, hat dann irgendwie, ähm, auch, ja, mehr bei den Zuschauern, aber eben halt auch bei den, ähm, Jüris dann abgeräumt und ordentliche 364 Punkte gemacht und Platz 4, also, ähm, er ist auch ... Ja, was wir, was wir, was wir letztes Jahr sozusagen, äh, hatten auf Platz 4, sind die Schweizer jetzt auf Platz 4. Wir haben aber, glaube ich, auch noch relativ hohe Punkte, glaube ich, auch aus der Schweiz auch, glaube ich, bekommen, ne? Da war, glaube ich, wo haben wir denn hier Deutschland und ich glaube, wir haben, von wem haben wir denn hier, sieht man das? Ja, ne, aus Dänemark, ach, ne, wir haben aus Dänemark 8 Punkte gekriegt. Ach, ne, und von der Schweiz 6 Punkte, genau. Immerhin. Also, ähm, unsere, äh, nördlichen und südlichen Nachbarn haben uns da noch irgendwie mit, mit guten Punkten, also, da muss man sich dann im nächsten Jahr auch mal ein bisschen revanchieren. Tja, die Russen, Sergej Lazarev mit Scream, die Russen kommen, die haben mal geschrien und, äh, den dritten Platz gemacht, ja, ich glaube, er hat denselben Platz gemacht, wie, 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 das erste Mal, ne? Mhm. Also, die gleiche Platzierung nochmal wiederholt, mit, mit noch technisch, äh, eh nicht technischem Aufwand. Ja, ne, Stockholm hat er, glaube ich, einen zweiten gemacht. Ah, einen zweiten gemacht, okay. Aber trotzdem ist ja in dem Bereich, ähm, ich hab noch so gestern, als ich das gesehen habe, habe ich mir so gedacht, naja, gut, wenn er jetzt ein drittes Mal, dann muss er ja eigentlich mal gewinnen, ne? Also, das, äh, kann ja eigentlich gar nicht anders gehen. Alle guten Single sind drei, aber ich hoffe, dass er erstmal nicht wiederkommt und erstmal wieder auf der Singel verschwindet, aber. Ne, der kommt dann in drei Jahren, kommt er dann wieder, das ist jetzt so, das, das hat ja Putin so ins Gesetz geschrieben, alle drei Jahre muss Sergej Lazarev dann für Russland dann beim ESC antreten. Er muss auch beim ESC antreten. Er muss auch, er muss, ne? Na, gucken, wenn er nächstes Jahr kommt, auch für Russland. Ja. Äh, Italien, das hat mich gefreut, Italien haben den zweiten Platz gemacht, was für Italien immer ein bisschen doof ist, dass sie sehr, sehr gute Platzierungen machen, aber nie gewinnen. Mhm. Immer den zweiten Platz haben, oft den zweiten Platz haben oder auch mindestens Top Ten sind, aber nie gewinnen. Also, sie haben immer dieses, also, denen fehlt immer so ein kleines, kleines Stückchen, dass sie gewinnen, oder? Ja, das ist natürlich ein Luxusproblem, aber ist natürlich, äh, ist natürlich tatsächlich so. Sie haben ja bei ihrem Einstand 2011, haben sie ja auch schon gleich auf Anhieb den zweiten gemacht. Ja, genau. Ähm, gut aus Italien. Wir wollen aber auch Platz zwei. Aus Italien kommen natürlich immer, ähm, auch sehr, sehr gute Sachen, weil, ähm, eigentlich ist ja eher der ESC für die dann so ein bisschen, äh, das Abfallprodukt. Ähm, das, äh, geschieht ja eher alles im, im Sanremo-Festival. Und, äh. Die Mutter des ESC sozusagen, genau. Ja, ja. Ja. Und, äh. Ja, und das ist halt, ähm, ja, es reicht dann immer nicht so ganz, ne? Also, wobei, also, er hat das auch gut gemacht, auch diese, diese Wut, äh, die ja so in diesem Song inne wohnt, ähm, das hat er wunderbar rübergebracht. Und, äh, das ist natürlich, ähm, ähnlich wie bei Duncan auch irgendwie eben halt Leute, die da auch selber auch mit Hand angelegt haben an, an ihrem Song. Und die stehen natürlich da ganz anders auf der Bühne, als wenn dir das natürlich so vorgesetzt wird und du sollst das dann noch irgendwie interpretieren, ne? Ja. Wenn es, vor allem, wenn es ein eigenes Song ist, ne? Den du selber mitgeschrieben hast. Weil der erste Platz ist ja auch selber von dem, von dem Künstler mit, äh, mitgeschrieben. Mhm. Äh, auch, äh, She Got Me ist von Luke Haney mitgeschrieben. Also, das ist, das hat schon, glaube ich, du hast eine andere Identifikation damit, wenn du ihn selber mitgeschrieben hast, als wenn du sozusagen nur dieses Ding da vorgeklatscht bekommst. Ja, klar. Ja, klar. Ja, also fast alle Songs, außer bei Sergej, von Platz 1 bis Platz 5, haben alle irgendwie, äh, außer Sergej halt, alle den Song selber mitgeschrieben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Variante, wo wir uns auch dran festhalten sollten, dass wir wirklich sagen, dass man dort irgendwie einen Songwritingcamp hat. Aber gut. Äh, und ich finde, äh, die Niederlande haben, glaube ich, auch zu Recht gewonnen, finde ich. Es war ja auch erwartbar, dass er gewinnt, aber ich glaube, so vorhersehbar war das schon lange nicht mehr. Also, ja. Er hat natürlich, äh, also sowohl, äh, die Juries als auch, äh, die Zuschauervotes nicht gewonnen hat und da so Zweiter oder Dritter irgendwie halt geworden ist. Und, ähm, das ist natürlich dann auch noch so eine, so eine Geschichte, dass er natürlich irgendwie auch einen Song hat, um den sich tatsächlich auch alle ganz gut irgendwie versammeln können. Und, ähm, und was natürlich bei ihm, äh, auch wirklich, ähm, ganz toll ist, er liefert halt immer und jedes Mal ab, ob er nun in technischer, ähm, Unzulänglichkeit irgendwo bei, bei Eurovision im Konzert irgendwie halt auftritt oder, ähm, sei es nun auch, äh, hunderttausend Mal in den Proben und so weiter. Also, die Stimme sitzt halt immer. Also, ähm, da ist nicht, ich meine, das ist auch nicht einfach zu singen, dieses Stück. Also, gerade in diesen hohen Tönen und so weiter, da kann ja sehr schnell mal was schief gehen. Und, ähm, das hat er wirklich mit Bravour gemacht und deswegen, glaube ich, hat er dann tatsächlich auch dieses Ding irgendwie auch geholt. Also, ähm, und den, ähm, den Niederlanden gönne ich das sowieso. Die haben, glaube ich, das letzte Mal 1975 irgendwie halt gewonnen und, äh, das, äh, ist schon auch ein bisschen zu lange her. Also, ähm, und das kann gut und gerne da auch gerne mal wieder stattfinden. Also, ähm, das, ähm, das wird, glaube ich, auch eine richtig schöne Sache und ich gönne es auch. Und man hat auch sehr, sehr Gänsehaut von ihm bekommen. Er kann, hat so eine Gänsehautstimme. Ähm, das hat nicht, kriegt nicht jeder hin. Nein, und es war auch in der Halle so, wenn, äh, wenn es dann losging, irgendwie seine, seine Postkarte ging zu enge, waren auch erstmal alle wieder sehr ruhig so. Es ist ja manchmal so bei so, bei so, ähm, ähm, äh, Favoriten, dass man dann so auch innehält, um zu hören, na, schafft er das jetzt auch so, wie er uns das in der Studioversion dann verspricht und so. Und das, äh, hat er dann auch gehalten. Und, ähm, ja, und ich hab mich auch um Ilse de Lange gefreut. Die, die war ja völlig außer sich. Die ist fast umgekippt bei der, bei der Seite. Ja, also, die hat sich da natürlich irgendwie, weil sie da auch tatsächlich diejenige, eine der wichtigsten Personen war, die ihn da auch wirklich da beim Sender auch, äh, nach vorne gebracht hat, dass er das unbedingt irgendwie machen sollte und so. Und, äh, sie hat da den richtigen Riecher gehabt und, äh, hat jetzt dann nun auch den, diese Battle gegen Waylon auch in dem Sinne auch gewonnen, dass sie jetzt einen Song nach vorne gebracht hat, der sogar auch noch gewonnen hat. Und, äh, Waylon mit seinem etwas, äh, verunglückten Country-Song letztes Jahr eben halt dann auch so krachend da irgendwie halt auch, ähm, umgefallen ist. Und die beiden sind ja damals irgendwie auch, äh, nicht im Guten auseinandergegangen bei den Carmen Linitz. Und, ähm, ja, und für sie hat mich das da auch wirklich, äh, dann auch sehr, sehr gefreut. Also, das, ähm, das ist ja auch immer eine Teamleistung. Das ist ja nicht nur Duncan alleine. Das ist ja wie, wie bei ganz vielen Sachen so. Das ist eben, das ist fast wie, wie beim Sport. Wenn halt die Mannschaft da nicht zusammenhält, äh, dann wird das auch nix. Und, äh, die haben das, glaube ich, auch, ähm, und wie ich schon sagte, so im, im, im Langen da irgendwie. Seit, würde ich mal sagen, 2013 da ganz lange drauf hingearbeitet irgendwie. Und immer auch gute Künstler, die in den Niederlanden auch wirklich auch, äh, was sind und so, die, äh, dann auch dorthin geschickt. Gut, diesmal haben sie jemanden Newcomer da hingeschickt. Und, ähm, ja, und das hat halt, äh, super geklappt. Und der ist halt auch sehr sympathisch. Und, ähm. Das heißt Newcomer, er hat, glaube ich, 2014 oder so, äh, äh, ich glaube, nicht gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob er The Voice gewonnen hat. Aber, ähm, tja, er hat. 2014, ja. Ja, genau. Ein kleiner Teil, ne? Achso, er hat nicht gewonnen. Er hat es bis ins, bis ins Halbfinale. Ja gut, aber so, dass, äh, so, so, was ich bisher gehört habe, ist er jetzt nicht so der super bekannte Künstler, glaube ich, in den Niederlanden. Genau, nee, genau. So, also, äh, wahrscheinlich, wer Voice of Holland irgendwie guckt oder vielleicht diverse andere Geschichten, der wird ihn da vielleicht dann irgendwie auch kennen. Achso, dann hat er, dann, dann ist er danach wohl auch erst dann, äh, hat eine Musikausbildung auch gemacht. Ja, das braucht ja dann auch erst mal so ein bisschen so seine Zeit, ne? So, und dann ist er jetzt wahrscheinlich so, äh, irgendwann jetzt fertig geworden und jetzt hat er das dann, äh, dann, jetzt ging es dann irgendwie halt los. Und, äh, ja, vielleicht hat es ja tatsächlich ein bisschen was gebracht, dass, äh, das dann auch mit einer Ausbildung. Und dann wird er auch weitergehen. Ich denke mal, die Musikkarriere wird bei ihm auch weitergehen, glaube ich, also, das, äh. Ja, jetzt wird er sowieso erst mal das, äh, nächstes, jetzt das laufende Jahr wird er jetzt gut zu tun haben, weil jetzt wird er wahrscheinlich in ganz Europa erst mal rumgereicht und, ähm, das. Er tourt auch Deutschland und so auch, also. Ja, ja, genau, genau. Hatte ich mir schon überlegt, mir eine Konzertkarte zu kaufen, er trete auch irgendwie in Hamburg auf. Also, man kann sich ja mal überlegen, ob man sich das Konzert anseht, also, ich glaube, das wird eine schöne, 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 schöne Sache. Und er ist auch gerade dabei, einen, äh, einen Album zu machen. Ja, also, auch das plant er gerade, er schreibt gerade fleißig Songs und, ähm, da bin ich mal gespannt. Ja. Ja, und sonst, beim Finale ist mir noch ein bisschen eingefallen, ich weiß nicht, wie es dir ging, irgendwie, ähm, dies Jahr hat mich, äh, Peter Ohr war nicht so genervt wie in den letzten Jahren. Also, ähm, was ich ganz schön fand, er hat aufgehört damit, bei den Ansagen der Songs schon gleich von vorne weg zu sagen, das müsst ihr jetzt gut finden und das nicht. Ähm, weiß nicht, ob es da Vorgespräche gegeben hat oder so, aber, ähm, ich fand's jetzt dieses Jahr, gut, es haben wieder Leute geschrieben, ja, er verspricht sich ja andauernd so doll und so weiter, aber, ähm, gut, das, das, das ist dann, wie es ist. Aber, ähm, ich fand jetzt so teilweise auch seine, seine Kommentare waren eigentlich auch, ähm, ganz gut gemacht, also, mich hat's nicht so, mich hat's nicht so aufgeregt wie in den letzten Jahren. Wie geht's dir so dabei? Er hat, er hat aber auch nicht so, so Sachen so oft wiederholt diesmal. Ja. Er hat, er hat auch andere Kommentare gegeben. Ja. Im Finale, im Finale zu den Künstlern, also nicht die gleichen. Mhm. Das fand ich schon, äh, bemerkenswert, ne, also das hätte ich jetzt gedacht, es war ja zum Beispiel bei, ich glaub bei der einen, äh, im Halbfinale gesagt hat, es wäre ein Lied für den Kieker, was für den Kieker nicht laufen würde und dann gab's ein, dann gab's das nochmal und hat was anderes gesagt. Also, er hat natürlich, er hat diesmal auch variiert. Ja. Das kannte ich so überhaupt nicht. Ja, und da denk ich mal, irgendwie, äh, hab ich so das Gefühl, da gab's wohl dann doch irgendwie zu viel, äh, negative Kritik beim letzten Mal und, äh, das hat er jetzt vielleicht ein bisschen abgestellt. Also, insofern, ähm, ist es halt, ähm, 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 ja, also das, das ist mir irgendwie halt auch ganz, ähm, ganz positiv irgendwie halt dann so in Erinnerung geblieben und, ähm, ja, also bis auf den Ausreißer mit Madonna hab ich irgendwie auch so gedacht, ja, auch der Finalabend am Samstag war eigentlich sehr unterhaltsam. Auch jetzt im Nachgang, jetzt, ähm, hatte ich mir das ja gestern nochmal, ähm, nochmal auch bei, 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 äh, Chips und, und Bier und, was weiß ich nicht, irgendwie dann auch nochmal angeguckt. Und, äh, gut, da weiß man ja dann schon immer, wer gewinnt, aber man kann dann irgendwie auch nochmal so sehen, weil man dann so auch, ähm, weiß, wie haben die das aufgebaut und wie sah das denn jetzt letztendlich dann im Fernsehbild irgendwie auch aus. Dann hat man da auch nochmal so ein bisschen so im Hinterkopf den Vergleich. Insofern, ähm, ja, sind wir mal gespannt, ähm, wie das, äh, wie das so weitergeht, ähm, und, äh. Ich frage, das weiß, das weiß ja keiner so genau, wie das weitergeht, also, äh, welche Stadt das stattfindet, wie, wie wir Deutschen weitermachen, das weiß ja keiner. Es wird sehr, sehr spannend werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, 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 haben wir noch was? Nö, ich glaub, das war's, ne? Ich glaub, wir sind jetzt sehr lange schon, ähm, zu jetzt. Ja, das war ja auch richtig, weil wir hatten ja jetzt die, die, äh, die einzelnen Folgen direkt aus Tel Aviv, die haben wir extra ein bisschen kürzer gemacht, damit man auch hinterherkommt, äh, und, äh, neben seinen unzähligen anderen, äh, Podcasts in seinem Podcatcher auch doch dazu kommt, den ESC Greenroom dann auch, äh, zu hören und, äh, ähm, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir doch für diese Saison 2019 den Sack zu und dann sind wir mal sehr gespannt auf die Saison 2020, was uns da wieder so erwartet, ähm, aktuell plane ich auch tatsächlich wieder dann nach, ähm, in die Niederlande auch zu fahren, dann dort direkt vor Ort zu gehen. Wie ist da deine Planung, äh, im Moment? Schauen wir mal, weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht, wir gucken mal. Denn das wäre ja vielleicht auch nochmal ganz schön, wenn du da auch nochmal dein, dein ESC-Erlebnis da nochmal so vor Ort irgendwie erleben könntest, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, nähere weitere Informationen über unseren Podcast findet ihr natürlich wieder über ESC-Greenroom.de, da findet ihr auch alle Kontaktdaten, äh, von Dennis und mir, sämtliche Folgen, die wir bisher gemacht haben, ähm, sämtliche 34 Folgen, ähm, wäre vielleicht auch ganz schön, wenn ihr uns mal ein paar Sterne bei, äh, iTunes, äh, hinterlassen könntet, wenn es euch gefallen hat. Wir sind auch noch, wenn ihr es nicht so mit Podcatchern habt, natürlich auch, äh, bei Spotify, bei Radio.de, bei TuneIn und so weiter, ne? Überall, wo es, äh, gute Podcasts gibt, findet ihr auch den ESC-Greenroom und dann würde ich mal sagen, machen wir den Sack zu, wir wünschen euch einen schönen Sommer und dann werden wir irgendwann wieder bei euch auftauchen. Genau, und hoffen wir mal, dass ihr euch die PRD übersteht. Ja, genau. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.